hallo und herzlich willkommen da sind wir wieder zu einer neuen ausgabe von stahl und heute in einer neuen frischen woche ok wenn er das jetzt hört dann ist die woche auch schon fast wiederum wir haben donnerstag donnerstag ich muss auf den kalender gucken donnerstag den neunten ach ja schönes wetter diese diese woche wunderschön ja auch in lübeck scheint hier die sonne also auch das wochenende war wirklich sehr schönes wetter hier also konnte man zumindest ein bisschen rausgehen ein bisschen spazieren gehen war ein bisschen spazieren gehen aber mindestens nur zwei personen denkt dran ja 30 personen das gibt gleich wieder ärger per mail oder so was machen die da seid ihr wahnsinnig alleine oder eben zu zweit wobei ich aktuell wirklich immer nur alleine gehe weil ja hier ist ja keiner der mit mir einmal ums haus geht ja ich bin immer so ich gehe mal zu komischen zeiten da warst du komischen zeiten also wenn ich mittagspause oder irgendwas machen obwohl das jetzt heute war ich gar nicht fett mal ein oder eben nach der arbeit so dass du mal ein bisschen gehst oder keine ahnung dass man zum auto gehst wieder zurück gehst ich wollte ja mit laufen anfangen ne aber denkst du ich habe das gemacht bisher nö richtig also laufen ist für mich auch ich glaube die letzte sportart auf der welt die ich die ich tun würde ich finde das so langweilig ja wohl also ich würde laufen würde ich zwar glaube ich machen glaube ich aber nur mit einer weiteren person nehmen also alleine laufen boah nee da fühle ich mich irgendwie weiß ich nicht ja kann ich zum habe ich jetzt am wochenende noch mal schon drüber gesprochen weil auch wirklich viele wirklich momentan laufen also ich finde ja alleine laufen finde ich irgendwie komisch gerade auch so leute wenn du morgens so noch total verpennt aus dem haus gehst und zur arbeit gehst also jetzt in der normalen welt und dann irgendwie um sieben morgens dann schon irgendwelche leute da so jogger entgegen laufen da denke ich ja was habt ihr für ein komisches leben und wenn ich dann aber so denke ich würde mit anderen leuten zusammen laufen weil sich ein paar partnerin oder sonst irgendwas ich habe so das habe ich auch damals ich habe handball gespielt wenn wir da so lange strecken gelaufen sind ich musste das immer alleine weil ich habe ein eigenes lauftempo ob schnell oder langsam sei es bei der hengel ist jetzt egal aber ich kann dann halt nicht mit den anderen mitlaufen weißt du weil ich habe dann mein tempo entweder sind die schneller oder die sind langsamer und dann bei dem laufen dann auch noch zu reden das weiß ich nicht jede kriege seitenstiche ja nee 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 dann lieber irgendwie teamsport oder 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 sowas aber ich finde auch so weiß ich nicht laufen alleine durch den wald finde ich so mega langweilig klar man kann dann da irgendwie ein podcast hören also lauf ruhig und nimmt uns mit aber ansonsten vielleicht gibt es ja sogar welche die gerade am jongen sind und uns dabei hören kann ja sein man weiß es ja nicht noch zehn kilometer komm gib gas jetzt schnell da komm jawohl dann können wir auch so nebenbei für die ein oder zwei personen die jetzt wirklich gerade joggen oder oder sonst irgendwas sportlich betätigen ja wir können ja mal alle paar minuten immer was ein paar anfangs berufe dazwischen ja geht los hopp 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 jetzt gehen wir alles ja kommen wieder berg auf zacki zicke zacki wieder kacke ja super abschluss fiel alle jawohl letzter schuss ja aber es gibt manchmal eben wirklich wo die jingels immer die gleichen jingels zu oft hörst und was weiß ich nicht noch alles da denkst du oh man doch das wäre doch in holland ist es ja glaube ich krass ne oder ja da wirst du wirklich an jedem fahrer geschaffen irgend dasselbe das wäre doch vielleicht noch mal so ein markt wo sich im maske auch noch hinbegeben könnte so chemis jingels wäre doch auch mal was was neues noch was man noch so machen könnte atten a atten tion ich habe gesehen wann war das jetzt am wochenende in den instastory von andreas küppler der hat sich die haare abrasieren lassen ja weiß ich nicht muss er jetzt ist er jetzt wurde eingezogen musste zum militär ich weiß nicht was ist denn da los naja gut die ganzen frisuren haben dich ach so ja dann ja eigentlich ideal einfach mal kurz auf fünf millimeter und dann brauchen wir erstmal die nächsten monate nicht mehr hin eigentlich kann ich schon ja da brauchen wir auch die haare nicht mehr so steilen sowieso ist das bei dir ein thema da brauche ich kein haargel mehr ist das bei dem thema haarfrisur im freizeitpark ich könnte immer jedes mal kurz nicht eine halbe eine halbe tuber haarspray oder lose haarspray immer in die haare damit das steinhart ist und du fährst einmal taron und dann ist die frisur trotzdem wieder hin tolle wurst und dann kommen leute äh entschuldigung kann ich mal ein foto machen ja meine haare meine haare weil die ja nicht mehr sitzen drei wetter taft hat versagt nach taron ist ja egal ne mir ist das egal du hast aber auch so eine frisur das sitzt auch immer irgendwie keine ahnung ne 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 es gibt auch viele fotos wo ich so komplett fertig aussehe oder die haare durchwühlt sind oder auch so mehr latex das hat aber andere gründe dann das war nicht die achterbahn das wird halt ja hellig klasse wie war denn deine woche bis jetzt wie meine woche war bis jetzt also wochenende war eigentlich ganz cool weil es wirklich jetzt mal es war ja schon sonntag war bei uns schon fast t-shirt wetter also wir mussten ja mal mit nun raus und ja einmal kurz durch den park gelaufen unfassbar wie viele leute in den parks halt rum sitzen und gammeln momentan habt ihr leute gesehen die haben sich auf auf der wiese weiß ich nicht so kunststücke gemacht der mann hat irgendwie die die frau mit den füßen da irgendwie ist das schon aus wie vorbeifantissima ja so gehalten und weiß ich was ich so ach guck mal die leute vom zirkus müssen sich auch irgendwie fit halten ja war schon irgendwie ganz witzig ne aber ansonsten wieder viel zu hause gesessen hatte letztens schon erzählt dass ich die xbox und die playstation rausgekramt habe wieder und jetzt habe ich mir endlich das spiel ich weiß es ist schon über ein jahr alt glaube ich vielleicht sogar schon zwei ich weiß nicht spider-man habe ich mir geholt für die playstation und das habe ich jetzt angezockt so jetzt bin ich wieder zu hause die playstation sitzt bei oder liegt gerade bei vanessa ich habe mega bock das zu spielen aber ich komme die woche gar nicht jetzt dahin was mich total ärgert weil es mich jetzt unter den fingern juckt dieses spiel zu spielen weil das sehr sehr schön ist und das erinnert mich an die alten batman teile aber sagt ja alles gar nichts so ein computerspiel ist nicht so dein ding ja also ich hab ich spiele aber zumal über steam oder hier pc spiele ne also so wie weiß ich nicht 4 hat es schon alles spiel ansonsten was habe ich da noch gespielt ja plan die große natürlich ab und an mal oder oder hier doom beispielsweise ok ja aber die letzten tage habe ich jetzt weniger gedacht aber um zumal spiele schon ganz gerne doch ah nee moment ich hatte am wochenende mensch ärgere dich nicht auf pc gespielt über skype das habe ich in der story gesehen ja irgendwie ja ja das ist ja das gemacht ne nee wir haben kein live stream gemacht wir haben uns also nina wusstest du dass nina meine kleine schwester ist unfassbar oder krass oder nina kassi und pascal bzw pk media voice wir haben uns über skype getroffen virtuell haben uns lange nicht gesehen eigentlich wollten wir uns nämlich auch treffen persönlich geht natürlich nicht durch die corona situation das haben wir schon ich glaube im januar schon geplant und dann haben wir das einfach auf skype verlegt und dann haben wir erst so ein zeichenspiel gespielt also wo du was raten muss wurde eine zeichnen muss und dann müssen dass die anderen erraten ich habe den namen schon wieder vergessen wie das immer für punkt ja irgendwie so alle kann das nur ich wieder nicht und ich musste mich da erstmal registrieren oder keine ahnung und dann haben wir noch irgendwen hier ein mensch ärgere dich nicht über wie heißt dieses ding da warte wie heißen das mackle grill party nee was ist das denn ach so gewinnspiel wo ist das jetzt hier papierkorb spiele 1 2 3 spiele 1 2 3.com das da kann man kostenlos irgendwie ja mit mehreren leuten spielen und das war ganz witzig ich hab letztens ich glaube ich weiß nicht ob das bei knossi oder bei montana black weil die haben auch so ein spiel gespielt da müssen wir mal gucken was das ist nämlich auch so interessant könnte man vielleicht auch mal zusammen spielen es gibt ja so kennst du ja vielleicht mario party das sind so kleine mini spiele die man so spielen muss und das gibt es irgendwie auch als freeware jetzt nicht von mario sondern von irgendwas anderem aber sind auch so kleine mini spiele könnte man auch irgendwie alle so zusammen ist auch so online mäßig fand ich auch ganz cool ja und vielleicht für alle leute die gerne auch brettspiele spielen und das vielleicht nicht alles so zu hause haben also ich habe einen ganzen schrank voller brettspiele und ich komme einfach rein mehr zu das zu spielen so katan und zwar habe ich früher sehr sehr gerne gespielt ich habe auch sehr viele brettspiele wo man so mal ein bisschen mehr nachdenken muss nicht so wie weiß ich jetzt nicht spitz pass auf sondern wo man halt so ein paar wirklich so ein paar sachen machen muss dann musst du erst mal das anbauen um das zu kriegen und das dann zu handeln und weiß ich was hotels zum beispiel sehr cooles spiel hotels nein hotel das spiel mochte ich super gerne ist auch so ein brettspiel okay auf jeden fall gibt es eine internetseite die heißt brettspielwelt.de da könnt ihr online mäßig auch ganz viele brettspiele spielen zum beispiel gibt es da auch karkason und katan und also was vielleicht mal als tipp falls ihr jetzt noch so irgendwie lange weile habt oder so können da mal können da mal drauf gucken können da mal eins liegen ja eins liegen lange weile haben wir doch alle nicht nein nein wir haben nur zu tun ohne ende zu tun keine zeit nur unterwegs unterwegs immer mit treppen rauf haus rauf und so weiter einkaufen dings und wie war es bei dir noch so die letzten teile ansonsten ich habe hier in lübeck beim edeka ist immer noch toilettenpapier ausverkauft seit drei wochen bei uns auch bei uns obwohl wir als tors gekriegt haben und über facebook ja wieder verfügbar gehst du hin nichts mehr da okay nö für schon später ich brauche ich doch nicht so boah und das ja wo ich da immerhin fahre ist immer ein riesiges langes regal und immer noch als drei wochen ausverkauft also ich brauche keins nur mal so nebenbei ich habe noch ausreichend ich gucke nur so und denke immer bezüglich der anderen wenn wenn die da seit drei wochen kein klopapier bekommen also vielleicht kein internet haben oder was weiß ich na gut oder nicht mit internet um können ist schon krass ja gut toilettenpapier mein gott das ist nur eine ware die man nun nicht unbedingt braucht ja gut waschlappen jetzt hatten wir ja schon das thema oder windeln oder windeln genau ja ansonsten was ist noch passiert ich habe heute ich habe heute den mietwagen getauscht von der firma aus das habe ich überlegt man die überhaupt auf juka aber nö die haben auch weiterhin und du musst da einzeln reingehen in dieses miethäuschen da steht extra schild und dann mit weiß ich gar nicht eben mit abstand da das terminal ist irgendwie zwei meter weiter vorne und die schlüsse abgeben war schon eine kleine herausforderung das ist jetzt wollte ich sagen schiebe ich ihm per post naja und und da war eben auch so ein pärchen das hat irgendwie glaube ich so transporter zurückgegeben und die haben sich ja schon fast gestritten weil da wohl irgendwo so ein kleiner lackschaden war oder gesagt was geht da wir haben recht schon zu legen das hat man bei der übergabe nicht gesehen und so dass da auch keine stelle naja gut aber es ist ein lackschaden ja die haben sich fast geprügelte wo ich auch gesagt habe dass also autovermieter sonst irgendwie ist der beruf den möchte ich auch nicht irgendwie ausführen also da hast du ja nur theater immer mit mit rückgabe aber auf der einen seite ist wenn du auch kunde bist hast du auch immer theater da stimmt da ist ein kleiner kratzer des 0,02 zentimeter lang ja das kommt also ganz ehrlich also auch wenn wir ja mal so auf tour sind mietwagen ist auch immer so eine sache wo morris und ich wirklich noch mal ganz extrem drauf gucken weil ist auch schon mal so vorgekommen dass du dann hat einfach dieses auto einfach so abgibst da kommt dann keiner mehr gucken oder sonst irgendwas und dann denkst du auch so ja was ist denn jetzt wenn der da jetzt selber irgendwie noch einen kratzer irgendwie drein macht oder was ich irgendwas und nachher sind wir das gewesen ich glaube das stimmt was war wo war das denn jetzt das war in amerika in england in england war das usa wir sind dann wirklich immer so mit die bedacht gefahren und weiß ich was und wir kommen dann da vom flughafen da an dieses an diesen schalter wo man dann das auto wieder abgibt dann haben wir das einfach nur in die reihe gestellt da kann irgendwie so ein typ hat uns die schlüssel abgenommen und ist da wie so ein irrer über diesen parkplatz gefahren mit quietschenden reifen nicht so eierschwere und man achtet ja immer so ein bisschen drauf das ist halt wirklich ja ein bisschen man achtet noch ein bisschen mehr als bei seinem eigenen auto dass da wirklich nichts dann passiert und sonst irgendwas ne auch wenn man es irgendwie abholt dann sind da halt schon vielleicht ein paar kratzer halt irgendwie dran dann holen wir uns auch meistens immer noch zum typ der noch mal mit drüber guckt und sagt hier guck mal das war da und das war da ja ja dann haben wir es alles notiert und dann ist das auch alles in ordnung aber es ist trotzdem manchmal immer so ein komisches komisches gefühl zum glück kam bisher noch nichts außer irgendwie ein halbes jahr später dann meinen strafzettel aus england liebe grüße weil ich irgendwie falsch irgendwie ich bin falsch gefahren ja das stimmt aber wir haben uns irgendwie verfahren und haben gedacht so an so einer an so ein wende ding da konnte ich irgendwie rechts abfahren konnte ich aber nicht weil sowieso rechts vor links und andere straßenseite und das war glaube ich am zweiten tag oder am ersten tag sogar oder ich sage was wollen die denn jetzt auf einmal kann da irgendwie so ein englisches schreiben ich denke erstmal ja es kommt noch mal in schreiben mit irgendwie bezahlen und so ist ja dann warten wir mal ab ja dann kam irgendwie zwei monate später kam dann erst mal dieses schreiben und die haben ja überall cctv also die haben überall fast jede kreuzung jedes kleine straße irgendwie überwacht und wenn du da irgendwie scheiße fährst oder falsch fährst dann dann machen die ein foto von dir und dann kriegst das zugeschickt und wir hätten oder ich hatte dann aus einer vorstadt von london bin ich dann in der straße dann irgendwie falsch irgendwie abgebogen und ja das haben sie dann gesehen und da habe dann dafür dann noch mal strafe bezahlen müssen 80 euro ja wenn man sofort bezahlt wenn nicht dann wenn es 160 was hast geantwortet unbekannt verzogen ja ich muss weg ich komme sowieso nicht mehr auf eure insel nee keine ahnung ich habe es dann halt irgendwie brav bezahlt aber das habe ich nämlich auch nicht so verstanden weil es gibt halt auch länder auch zum beispiel niederlande und sowas da ist es halt so da ist der aufwand viel zu groß für so einen kleinen betrag so dass man dann halt überhaupt gar nichts bekommt ich bin zum beispiel luxemburg auch mal irgendwie fünf kamer zu schnell gefahren habe ich nie was von bekommen weil das dann halt der bürokratische aufwand teurer gewesen wäre als das recht das einzufordern und dann dann wird das halt irgendwie fallen gelassen das kann dir deutschland nicht passiert das wird trotzdem rausgeschickt ja weil wie gesagt das ist ja meistens immer im ausland und weil das eine private organisation irgendwas war da keine ahnung in england haben wir dann auch einen brief gekriegt aber ist ja auch okay aber schon krass wie lange das dann halt manchmal dauert ne mhm ja 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 krass ja ansonsten ist auch nicht viel passiert bei dir ja auch wir nehmen diesen podcast jetzt gerade irgendwie auch verzogen eine viertel stunde später auf weil ich boah ich lass ich krieg da echten kotz mein mikrofon mein mikrofon ist am arsch also gar nicht mein mikrofon sondern kennt ihr diese kleine schraube die unten immer an mikrofonen oder an kameras ist wo man die auf einem stativ schrauben kann ja die kennen wir natürlich auch ja und diese blöde schraube ist jetzt an meinem mikrofon durch ich habe mir ja extra von wie hieß es jetzt noch von irgendeiner firma habe ich mir so ein stativ mehr geholt das ist eigentlich auch für kameras eigentlich eigentlich gedacht und ja das mikrofon hätte da gut drauf gepasst hat es auch bisher immer nur jetzt habe ich dieses 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 schraubenloch wie nennt man das denn wie nennt man das denn gewinde gewinde das gewinde durchgedreht so jetzt ist da einfach nur noch ein loch drin ohne irgendwo dass es ein pack ander ist und jetzt habe ich mir meine meine mein mikrofon an dem ständer mit tesafilmen befestigt ist natürlich sehr gut weil das eigentlich auch ein handmikrofon ist wo man halt auch interviews mitmachen kann aber das geht jetzt auch nicht mehr daran dieses handstück weil dieses gewinde einfach am arsch ist ja mein gott wer schenkt mir ein podcaster mikrofon mit dem zubehör was man dafür braucht ich will nicht dieses blaue dieses weiße haben was moritz hat ich finde das schwarze sieht schöner aus das soll auch ein bisschen besser sein aber es ist zu teuer es ist zu teuer einfach das kostet das kostet es kostet 160 euro es kostet fast ich glaube ein bisschen weniger sogar als dieses podcast podcast pro cast usb aber das ist halt mit phantomspeisung das heißt man braucht dann auch ich kenne die begriffe nicht irgendwie so ein phantomspeis ding da mit drin und von da aus gehst du dann halt wieder mit usb weiter und das wird dann halt noch mal irgendwie 100 euro kosten und ja und dann noch neue neue rode halter ding da bist du bestimmt mit 400 500 euro dabei und da ist der vorteil von diesem anderen mikro ist das jetzt irgendwie besser aber wo drin denn besser was was die rausch unterdrücken soll besser sein dass der die stimme soll noch ein bisschen besser sein als bei dem usb bei der usb variante ja ich muss mal gucken vielleicht hole ich mir auch doch die blau die weiße variante ich weiß nicht also viel unterschied kann ja auch nicht sein also doch das hört man das schulten ohr höre ich das sofort ja aber momentan glaubt das ja auch noch so ich meine das sieht das natürlich aus wie hin zum kunst aber was soll das denn das sieht man ja nicht ja eben ja wenn ich bis zum live stream da sieht man es wahrscheinlich weil beim live stream machen machen grün ein screen green screen einfach über das mikro ja das geile war ich hatte nämlich das mikrofon nämlich andersrum von oben so hängen lassen so dass man das die die kamera das gar nicht sieht ja ja und das war halt super geil weil das halt genau so von oben ach kacke ich weiß es nicht über kopf kannst du trotzdem machen du hast es doch mit tape jetzt dann ja aber das hält doch nicht das ist doch die schwerkraft das kennst du doch von dem boden ich habe den auch immer ange ange angeteasert ange ange wie sagt man angeklebt angeklebt ja dann nimmst du panzer tape ja dann hält das auch naja mal gucken naja mal gucken ist ja auch ich wollte nicht ich wollte einfach mal loswerden es tut mir leid aber naja ist es jede halbe stunde jetzt mein mikro ist kaputt das ärgert mich ja das mikrofon funktioniert ja noch das ist ja nur dieser kackdämliche schraubverstoß der vielleicht noch nicht mal 50 cent kostet an dem ganzen kackding ja alter mann kannst du den hersteller mal anschreiben und sagen du onkel gibt's a gibt's euch noch und b ich bin youtuber ja kriege im mikro kostenlos ich erwähne euch auch egal du hieß die firma von dem die ich hier habe die dieses dieses tolle stativ herausgebracht hat und das blöde ist das wollte ich nämlich auch noch eigentlich warten mit mikrofon kaufen weil egal die firma die macht viel für streamer und da habe ich auch den greenscreen von und so richtig gute firma und die haben jetzt neues projekt angeteasert auf ihrer webseite schon anfang des jahres und das sieht nämlich so aus dass auch die ein mikrofon rausbringen und das soll neue infos sollen im frühjahr folgen jetzt ist bald frühjahr und jetzt will ich mir auch kein neues mikrofon kaufen bis nicht da irgendwie mal ein paar infos rausgekommen sind vielleicht ist es ja der neueste crazy shit deswegen mal kicken mal kicken ein crazy price 1000 flocken vielleicht wird es ja günstiger jetzt das stimmt vielleicht mal gucken ja da gibt es dann irgendwelche super so eine aktion aber ich habe ich habe mir ich habe mir die letzten tage mal so ein bisschen gedanken gemacht ne klar corona wird ja immer noch ein bisschen bleibt ja noch ein bisschen wahrscheinlich ne ich habe schon wieder du ahnst es nicht ich habe letzten vier livestreams gemacht wie viele leute wir gefragt haben glaubst du machen denn die parkfieler auf also bestimmt da oder naja aber ich habe mir so ein bisschen überlegungen gemacht weil wenn das halt noch länger andauert dann müssen die parks sicher vielleicht auch ein bisschen was einfallen lassen weil man sieht es ja jetzt zum beispiel im restaurantbereich ist es ja so dass viele restaurants oder hotels auch zwar geschlossen haben aber man überlegt ja dann da viele wie ich zum beispiel bei uns um die ecke die dann lieferservices anbieten wo man dann halt die leute trotzdem auch beschäftigen kann und ja mit dem lieferservice hat dann hast du auch einen koch beschäftigt ein paar leute jetzt rausfahren kommt also noch ein bisschen was in die kasse rein so jetzt habe ich mir überlegt was kann es denn wie können das denn beim freizeitpark oder auch bei kirmes denn aussehen was könnte man denn da tun damit man vielleicht doch noch ein bisschen an geld vielleicht ankommt oder sowas und da ist mir vielleicht so hätte ich mir erst mal patentieren lassen aber mir ist glaube ich die idee gekommen das kommt jetzt bis sie hören doch erzählen muss ich nur jetzt nicht mehr weil kürer erzähl meine kappe ist aus schweden so valkyria valkyria also ich fand als kind immer sehr interessant autokinos kennst du autokinos ja hat doch schon ein autokino wieder aufgemacht ja euch in nrw ich glaube so dass letzte verblieben das glaubt ja ja das hat auch aufgemacht also bei uns hier in herren oder in herren oder in herren gab es auch mal eins aber es war natürlich immer doof wir sind aber dann vorbeigefallen ist auch auch cool ein autokino ich kenne das von familie feuerstein weißt du da kommt ja genau das heißt muss auch voll cool sein aber das war natürlich immer amerika englische filme also die holländer die haben da sowieso immer nur das englische original also kennen sie auch so gut englisch genau sollte man hier auch mal einführen naja auf jeden fall fand ich das halt immer schon ganz cool und da habe ich mir überlegt da kam genau ich glaube da kam letztens kam auch noch mal so ein bericht von diesem autokino was da in nrw noch irgendwie auf hat auf jeden fall ist mir so eingefallen warum machen freizeitparks einfach nicht auf um die die leute wird die nur dieses freizeitparkgefühl haben wollen weißt du mal sechs krass essen und mal ein bisschen so rum gucken warum machen die einfach nicht eine öffnung für autos dass du einfach dass du einfach mit dem auto durch den freizeitpark fahren kannst anstatt du so anstatt du so normal zu fuß gehst gehst du halt einfach fährst einfach mit dem auto da durch da gibt es dann einfach so eine route können ja zum beispiel phantasien wert würde ich mir jetzt nur vorstellen kommst oben rein wo fantissima eingang ist da kannst du im auto rein fahren es muss ja übrigens überall rettungswege geben wo auch rettungsautos und feuerwehr durchfahren können bei sicherheitsbestimmung also muss ja auch wege geben wo autos dann praktisch hindurch fahren können das heißt bei fantissima rein dann kann kann man zu den weg runter fallen in bei wustern könnte man sich da schon eine zuckerwatte holen dass die die kleinen snacks ja natürlich auf weißt du dann kannst du fest oder in schritt geschwindigkeit da kannst du fenster auf eine zuckerwatte bitte und dann kriegst du eine zuckerwatte für 1,50 fährst halt weiter steigen ja fährst halt weiter so richtung kaiserplatz da genau hier am shop vorbei rechts kannst du da noch ein schönes eis genehmigen fährst dann halt links rum oben hoch ja am kaiserplatz halt praktisch vorbei am schuhroß stand vorbei auch sehr wichtig da können die leute sich dann auch ein schuhroß holen und fallen dann geradeaus weiter können aber ein bisschen runter gucken vielleicht mal das schiebedach aufmachen dann kann man so in das doch von taron da von klugheim gucken ob da alles steht fährt halt weiter die testfahrten machen eben so weißt du dann kannst du auf der rechten seite kannst du noch chiapas sehen fährst halt weiter gehst dann in richtung colorado adventures links rum zwar geister rekscha da vorbei vielleicht da noch ein paar chinesische nudeln am china imbis so dann runter 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 bei zu mystery castle praktisch und bei mystery aus eingang können die autos wieder raus fahren dann bist du einmal mit dem auto in schritt geschwindigkeit so praktisch wie was safari safari serengeti park halt macht mit tieren einfach so für freizeitpark muss übrigens auch im europapark geht das auch sehr sehr gut könnte man auch mal machen einfach so da ist so viel platz einfach für die autos da hast du noch ein paar leute die dann dir diese ganzen snacks bedienen wo du eine cola kriegst und eine frette kriegst vielleicht gibt es dann auch so kleine haltebuchten wo man dann halt noch mal weiß ich nicht attraktion in freier wildbahn erleben kann oder so und dann fährst du halt weiter kostet dann fünf euro eintritt kannst du einmal mit dem auto da durchfahren und hinten fährst du wieder raus und wieder auf die straße auf die autobahn und alles ist gut geht übrigens auch auf kirmesplätzen wenn man einfach einen kirmesplatz lässt man einfach die attraktionen weg sondern macht nur würstchenbuden frittenbuden cola bier irgendwas alles hin süßigkeiten und sonst irgendwas du kannst jetzt sogar zum beispiel lose lose kannst du auch machen kannst du die die lose kannst du am fenster halt irgendwie dann kaufen und wenn du fährst halt ein bisschen weiter kannst du den aufgibbeln wenn du das gewonnen hast dann kannst du das sind oben beim 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 heckdach oder also kriegst das dann halt reingeschmissen ist doch super ist doch super idee ein chemis drive in beziehungsweise freizeitpark drive in oder du machst ein spontanes auto kino auf dem parkplatz vom freizeitpark irgendwie oder so aber dann hast du das freizeitpark gefühlt nicht also bist du bist im freizeitpark drin kannst du nix fahren aber vielleicht weißt du wenn das doch viel länger dauert vielleicht kommt dann irgendwie magweils auf die idee das erste karussell irgendwie zu erfinden für für autos da ist einfach so ein dampfkarussell dann kannst du halt irgendwie mal so da rein fahren und dann dreht sich das so ein paar runden für fünf minuten und dann können die wieder alle rausfahren dann kommt das nächste vielleicht gibt es dann halt auch noch so ein riesenrad oder als auto es gibt doch diese parkgaragen wo du einfach so rein fährst und das auto so hochgefahren wird sowas als riesenrad ist doch super das muss doch geben das kann man auch ganz einfach machen das ist doch kein problem geben tut sich gibt es ja fast alles und auch möglichkeiten gibt es ja bestimmt ja und das hat man schnell gemacht und da hat man auch ein bisschen Spaß und dann den park vorne und hinten aufmachen und dann den weg zu machen wo die autos durchfangen können das wäre super keine ahnung wie das ich bin mal gespannt welcher welcher freizeitpark als erstes auf die idee kommen meinst du ich möchte gerne an den an den einnahmen beteiligt werden dankeschön ja dann macht es keiner oder sagt vorhin das hat das habe ich bei stahl und holz gehört wie wie heißt der podcast stahl und holz kenne ich nicht wir hatten auch so die idee das kommt von mir ganz alleine das habe ich ganz alleine sogar vorhin sagt er ja genau hast ein patent drauf so ja ich meine ich würde da ich würde da auch mal wäre auf jeden fall ein erlebnis so ne würde ich auf jeden fall zu zweit darfst du ja im auto ja keiner muss den film du kannst ja auch den namen kannst du dann auch ändern so ein bisschen von den parks dann ist europa park ist ja jetzt mit mit autos car also euro car land euro car verstehst ja euro car ja nicht zu verwechseln mit hier können nicht power by herz euro car park power by herz herz und 6 jetzt haben wir sie alle ja jetzt haben wir sie alle ja why not ist auf jeden fall eine witzige idee ja stimmt muss ja immer noch ein tunnel sein wo ich mit dem auto durchfahre und gestehen kann ja kannst du ganz einfach machen einfach wenn du so eine oltimer bahn hast einfach die ganzen alten schinken da raus und dann lässt du einfach die normalen autos da drauf fahren das wird da gehen da ist doch bestimmt auch ein tunnel ja und dann haust du da so ein grissi rein und oder auch hier piraten von in batavia hallo wenn die rede schon da ist dass das wasser raus dass die autos da rein fahren dann können die gleich die renne darunter sausen ja und du bist geschützt in deinen eigenen vier wänden wichtig ist immer nur zwei leute maximal zwei leute in einem auto vier leute geht natürlich nicht weil man dann die maximal abstand bei den minimal abstand von zwei metern ja nicht einhält ich weiß ja nicht damit ja mit sicherheit dann extrem viel los sein ich weiß ich wie das sehr schon wieder auch eine veranstaltung wenn du in deinem eigenen vehicle bist dann kann das aber 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 ob du im auto ist ja nicht überall hinfahren wenn du überhaupt wenn was ist denn wenn du auf auf der autobahn im stau stehst wer genau dasselbe ja wenn ich jetzt hier schleswig-holstein wohne kann ich ja nicht runter zu nach rust fahren jetzt einfach so warum nicht hallo kontaktverbot beziehungsweise reiseeinschränkungen in hier in beckenburg-vorpommern dann kontrollieren sie schon die die grenzen und sagen hier ohne driftigen grund darfst du da nicht rein kann sich sagen ich will zum park ja dann einfach ich bin auf der durchreise dann einfach die leute die um die parks rum wohnen irgendwo das war da halt es geht mir einfach nur um die freizeitparks dass sie noch eine kleine markt machen damit sie auch überstehen die ganze zeit jetzt machen wir doch meine idee so mal ja super idee wir überlegen uns das wir melden uns bei ihnen ja liebe freizeitparkbesitzer wenn ihr noch fragen habt wie das alles von statten geht gerne per mail an stahl und holz-advanta-marina.de ich helfe da sehr gerne weiter und du meintest ja eben ja wenn da wenn es so lange ansteht die autos die dann halt warten um dann da durchzufahren die kann man ja alle über den großen parkplatz leiten und dann stehen die da halt so stange das ist alles gar kein problem und da mache ich das autokino denn da kannst du ja genau während des den neuheiten so ja genau ja das war jetzt meine idee ja nicht schlecht die idee aber ich weiß nicht so jetzt weil diese ganzen veranstaltungen auch abgesagt sind beziehungsweise nur ja aber wie gesagt aber wie gesagt das ist ja kein erstens ist es ein bisschen mit spaß zu sehen und zweitens ist es ja ist es ja du bist in deinen eigenen vier wänden du hast keinen kontakt zur außenwelt das ist du bist mit anderen kommst du nicht in kontakt weil du fährst nur mit deinem auto da durch die waschanlage eben so wie gesagt ich wäre dabei übrigens habe ich gelesen backpool pressure beach hat jetzt ein fanpaket für alle leute gemacht die sehr gerne im park sein möchten aber es nicht können es gibt da irgendwie in magneten der zuckerwatte wie shortbread keine ahnung was das ist ja und eine zuckerstange für 9 euro schicken liefern die nach hause damit du so ein bisschen backpool gefühl auch zu hause hast ja ja sowas ist beispielsweise auch ganz interessant bei den parks machen ja nicht alle also solche weiß nicht so eine fernpakete schnüren und wo man denn das übers internet vertreibt verkauft oder was ne übrigens wenn ihr euch das natürlich wenn ihr euch das holen möchte dieses paket lohnt sich sowieso bei backpuma auf der webseite zu gehen denn die verkaufen so viele sachen von ihren attraktionen also reifen von achterbahnen sowieso aber da kriegste alles mögliche also von von schrauben muttern alte fahnen irgendwelche sicherheitsgurte alles mögliche kriegt man da ja cool lohnt sich apropos feedback in der ausgabe vier die letzte da hat jemand was gefragt an also seine frage reingeschrieben in die kommentare und zwar der manuel hat uns gefragt was meint was meint ihr werden dieses jahr herbstmärkte abgesagt zumindest ich hoffe nicht ach so also die frage eben ob ob wir meinen ob herbstmärkte abgesagt werden dieses jahr hat er auf youtube unter unserem video geschrieben ja willst du ich kann mich kann also schwer zu sagen also zum zumal auch mittlerweile hört man immer so viel und erst denke ich ja im sommer vielleicht so aber ich habe jetzt auch schon videos gesehen wurden gesagt wurde auch anhand von zahlen dass es teilweise sogar ein jahr dauern kann und dass man mit konzerten fußballspielen in diesem jahr überhaupt gar nicht mehr rechnen kann ich weiß gar nicht mehr was ich glauben soll ich habe keine ahnung also mittlerweile halte ich für alles möglich dass man da wirklich sagt ok so veranstaltungen größere veranstaltungen wird komplett für dieses jahr gecancelt aber ich weiß es nicht ich weiß es nicht ich habe ja schon in einer ausgabe schon erwähnt dass ich es halt für relativ möglich halte dass es bis im herbst sich definitiv ziehen ziehen wird dass man halt wieder rausgehen kann beziehungsweise solche großveranstaltungen es geben wieder geben kann wie gesagt wir können da sowieso nichts zu sagen weil wir nicht die fachleute sind und selbst die fachleute wissen es halt nicht aber was man halt schon so sehen kann obwohl jetzt auch viele leute und ich habe auch ich habe mich dann bei facebook wieder irgendwas reingesteigert weil ich eine achterbahn fangruppe da irgendwas gelesen habe von irgendeinem heini der meinte ja phantasian hat der gesagt hier bis ende ostern und dann werden die auf jeden fall wieder aufmachen die können ja gar nicht anders bla 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 ja nur weil das datum steht heißt es ja nicht dass man das datum noch mal nach hinten verschieben kann und wenn man halt mal so in die anderen länder guckt spanien italien und amerika und sonst irgendwo was das für ausmaße hat dann kann man ja davon ausgehen wenn man das habe ich auch schon jetzt so oft gesagt irgendwo in live streams und sonst irgendwas wenn man einen gesunden menschenverstand hat dann kann man doch den mal einschalten und merken dass es halt einfach nicht realistisch ist und möglich ist in kurzer in der nächsten kürzeren zeit wieder freizeit parks zu eröffnen ja das funktioniert einfach nicht zumal auch die fußball em komplett abgesagt wurde und die ist im juni glaube ich ja das problem ist halt auch einfach klar ich verstehe die leute die jetzt unbedingt hat wieder haben wollen und ich meine auch manchmal sind das auch teen agers und oder kinder die vielleicht auch noch nicht so wirklich die auch das ausmaß davon irgendwie bewusst sind aber es ist ja halt auch so es müssten ja dann wirklich alle leute gesund sein oder es müsste ein heilmittel da sein das heilmittel gibt es aber noch nicht und wenn jetzt auch nur ein viertel nur noch von den ganzen leuten sich ansteckt und die zahl rückfällig wird dann ist es ja trotzdem wenn die zahlen zurückgehen ist ja trotzdem noch das risiko da dass eine nächste welle kommt und sich wieder mehr leute anstecken und wenn man halt solche großveranstaltungen wieder stattfinden lassen würde dann wäre das ja wieder so ein herd wo sowas dann wieder mit einer zweiten oder dritten weil er dann wieder kommen kann und deswegen wird es und da lege ich mich fest länger noch länger als ostern und länger vielleicht sogar als sommer es keine freizeitpark besuche geben also auch wenn klar vertrösten die freizeitparks irgendwie die die leute weil natürlich auch die auf die wirtschaft hören und auf die politiker und wenn die sagen bis dann und dann ja dann sagen die auch nur bis dann und dann und sagen nicht ja bis in winterrhein oder sonst irgendwas aber sobald es da wieder von der politik neue informationen gibt werden die das auch wieder anpassen in holland ist es ja schon so dass bis zum ersten sechsten da alles still steht und ich weiß nicht ob ich es hier erwähnt habe oder sonst im live stream bei mir auf dem kanal es wird auch noch mal nachgefragt weil ich ja mal zurück am ring fahre und in den letzten in der letzten wochen hat der veranstalter von rock am ring marik lieberberg noch gesagt dass sie davon ausgehen dass rock am ring stattfinden wird das werde ich oder das bezweifle ich sehr stark weil es ist ja nicht nur so dass dann eventuell ist okay ist dass man wieder rausgehen kann und muss man überlegen hunderttausend leute sind dann da auf dem platz das funktioniert nicht das funktioniert einfach nicht nicht am erst anfang juni das funktioniert nicht ich verweise auf die fußball ja und dann ist halt ja muss auch mal gucken nach in holland da haben sie bis zum ersten sechsten haben sie jetzt schon mal gesagt darf keine großveranstaltung statt großveranstaltung stattfinden dann hast du aber auch noch das problem dass die meisten bands aus dem ausland kommen das sind große bands zum beispiel wie green der system of a down oder sonst irgendwas die kommen nicht nur für rock am ring nach deutschland sondern die sind in europa weil sie ein album promoten wollen weil sie da eine große tour machen das heißt die sind nicht nur in deutschland sondern auch in spanien italien sonstige länder wenn da das halt auch noch so krass ist dann sagen die da ihre konzerte ab das heißt dass sie auch nicht nur für ein konzert in die eifel kommen um rock am ring zu spielen weil das sich für die überhaupt gar nicht finanziell finanziell dann lohnen wird also wenn die bands dann halt auf jeden fall absagen das heißt rock am ring steht ohne headliner da und ohne diesen großen bands dann kann weiß ich nicht ja irgendwie weiß ich nicht irgendwie eine hintertupfigen band aus castrof boxe oder so spielen in der garage band aber nicht dann green day also ja also man muss da auch mal ein bisschen realistisch sein ich verstehe auch den veranstalter dass er natürlich irgendwie das geld reinholen will und seine tickets verkaufen will aber warum sagt man jetzt nicht okay das hat wahrscheinlich keinen sinn und man würde könnte das jetzt alles in geordnete bahnen runterfahren die tickets zurückgeben und sonst irgendwas als da jetzt noch diese hoffung zu schüren und wenn man wirklich weiß ich nicht wenn man so ein bisschen grips hat dann kann man doch schon daran fühlen dass das halt nicht nix wird also ja es ist ihm bei all die unsicherheit ja also ja also schwierig 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 ja ich glaube wie gesagt wird noch länger dauern leider aber zumindest denke ich mal irgendwann kommen wir schon raus also dass man sagt okay keine ahnung mit weiß ich nicht dass du nicht die ganze zeit in der hocke in hocke in der hütte hocks sondern dass man sagt okay könnt so langsam raus gesittet aber keine großen veranstaltungen oder irgendwie sowas aber dass man zumindest dann schließlich mal wieder mit freunden oder so irgendwie treffen kann so nicht nur zu zweit sondern auch mal irgendwie zu dritt zu viert aber ich bin auch gespannt wann so die 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 ersten restaurants oder wieder irgendwie mal mit 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 auflagen oder sowas wieder öffnen können ne ja 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 bin ich auch gespannt ach wir verhäldern uns schon wieder an corona wir wollten ja ist ja gut sorry kommen wir mal zu den dreisten heißen super drei die heißen drei die heißen drei ja las hat eben auch gesagt wir sollten die mal ein bisschen nach vorne rücken irgendwie haben wir die immer am hinterteil des podcast dranhängen und dann hört sich das mal so anders ob wir dann direkt schluss machen wollen weil wir das irgendwie vergessen haben Nee eigentlich haben wir immer so gedacht ja am ende aber es ist immer gut wenn wir das mal mittig oder weiter am anfang Machen könnten deswegen machen wir das heute wir haben ja noch fünf stunden vor uns deswegen kann man jetzt einfach mal damit anfangen Hohoho die heißen drei das ist unsere rubrik wo wir drei Oh Gott ich hab mir noch gar keine gedanken gemacht Drei sachen benennen Oh Gott das Thema ist so Naja Drei sachen benennen Die wir uns dann halt ausruhen zu einem thema unsere top 3 praktisch So in der letzten folge hatten wir die heißen drei schlauberer sprüche in parks und heute geht es um die heißen drei Anmachsprüche in freizeit parks Ja richtig Also da gibt es halt vielleicht Lars kam mit der idee Ähm vielleicht erzählst du noch mal was dich da geritten hat und deshalb kann ich mir schon gedanken machen Ist mir spontan eingefallen Ich dachte das hat jetzt irgendwie hinten einen philosophischen hintergrund oder irgendwie für dich selber irgendwie was du nicht benutzen magst oder irgendwie sowas Nö Nö Ist mir spontan aufgeschlagen Aber ich kann ja mal anfangen Mhm Dritter Platz Bei mir Äh stehst du in der Q-Line und fragst Na Wie war deine höchste Wartezeit an dieser Attraktion Und schon kommst du ins Gespräch Einfach ne Aber das ist ja nichts Und Ben grübelt noch Aber ich dachte die Das waren Das sind jetzt die heißen drei Also die Die wirklich dann auch zünden oder was Natürlich zünden die Du musst ja erstmal einen Smalltalk an Äh An Dingsen So Sprüche wie Na Auch hier Oder das ist ja langweilig Sei anders wie die anderen Oder sagst Das ist aber eine hübsche Frisur Ja komm Äh Schleim Weißt du Da hast du schon verloren Erstmal ins Gespräch kommen Und anschließend die Visitenkarten tauschen Und schon hast du einen Kontakt Ja Ja es ist äh Hat du es dann Geschickt eingefädelt hast du das Ja Über dir Lieber Ben Du musst ein bisschen Zeit schinden Du musst ein bisschen langsamer sprechen Damit er noch ein bisschen überlegen kann Weil ich sehe Er kriegt einen roten Kopf Und dann bedeutet das immer überlegt Ja Echt Ist das so Ja Keine Ahnung Also ich hab mir überhaupt gar keine Gedanken darüber gemacht Ähm Ja das ist das Witzige ja Ja also ich könnte ja sagen Wenn du an der Wasserbahn stehst Würde ich sagen Na Wirst du zu Hause auch so feucht wie hier auf der Wasserbahn Oh Alter Schon hast du eine Ja aber Man kann es ja mal versuchen Oh Gott In neun von zehn Fällen gibt es eine Absage Aber die Die zehnte die kommt und sagt Ja willst du mal gucken Oh Gott Oh Gott Ich muss mir gerade was aus der Nase ziehen Mein Gott Ja Ja super Zweiter Platz ist bei mir Na kennst du auch dieses Kribbeln Dieses Das nennt man glaube ich Nervenkitzel So viel Nervenkitzel bekomme ich auch Wenn ich dich sehe Ist das Adrenalin oder sind das schon die Schmetterlinge in meinem Bauch Ja zum Beispiel Ja Ja Achso das war jetzt dein zweiter Platz Oder Ne Ne Achso Ähm Ach man Lars Warum kannst du Erzähl doch nochmal ein bisschen was für dein Warum hast du das gerade Ausgewählt Genau dieses Ausgewählt Immer dieses Ausführen Ja damit ich Denken kann Ja ja Ich habe auch schon den Platz 1 Ich habe gerade im Gerade Video überlegt Und ich habe schon den ersten Platz Wieder bei mir gespeichert Ja Dieses Kribbeln Kennst du ja Warum habe ich gerade das Das Nervenkitzel kribbeln Ähm Das hast du ja auch Wenn du In love bist Wenn du verliebt bist Hast du ja auch dieses Magenkribbeln Ne Wenn wir jemanden sehen Wo wir denken Boah Das ist aber Das ist aber echt interessant Äh Jetzt muss sie mich nur auch Auch mögen Und dann Guck mal Vielleicht ins Geschäft Hast du immer noch nichts Doch Ja Also was man Das ist mir auch Also persönlich schon mal passiert Das ist vielleicht gar nicht so ein richtiger Anmachspruch Sondern Ähm Wenn du irgendwo bist Wo es halt Schreckhaft ist Ne Ähm Vorzugsweise Gezogen hat Und dann sagst du bleibst jetzt aber bei mir Und so Ist ja schon ein paar Mal passiert Also Vielleicht wäre dann hier so Ja Mein Platz 2 Einfach mal Ähm Halloween Event Platz 1 Schmierig schmierig wie dann jeder Wie das Kettenfett Oder irgendwie sowas Das ist eine Beleidigung Das ist genauso Deine Haare sind genauso schmierig wie das Schmierig wie das Hier Kettenfett Oh Gott Ja weiß ich nicht Ansonsten was haben wir noch Für Anmachsprüche Das ist eigentlich so Mein erster Platz gewesen Du bist so süß wie diese Zuckerwatte hier Zum Beispiel meiner Echt Wollt du Oder Ich hab zwar eine Jahreskarte Für Für diesen Park Aber wie bekomme ich eine Jahreskarte In dein Herz Oder für dein Herz So das wäre mein Das ist mein Platz 1 Das ist romantisch Und Ja wenn das sowas Für dich wäre dann sowas Wie Platz 1 Dann irgendwie bei Am Frittensnack Irgendwie vorgefudelt Und dann sagen Entschuldigung Äh Äh Ihnen ist die Maionese Auf den Boden gefallen Oder so Oder sie sagt Entschuldigung Die haben mir aber vorgefudelt Ich so ja Ich wollte sie auch kennenlernen Oder so Das ist Du willst irgendwelche Situationen Erschaffen einfach Ja genau Ja Ich hab auch schon mal Eine Achterbahn gehabt Schon lange her Äh Da ist sie Äh Obwohl wir kannten uns Ne ist eigentlich kein Hat sie gesagt Ähm Das macht sie aber auch Bei einer Bei fremden Personen Wenn sie irgendwie Angst hat Dann sitzt sie Saß in der Achterbahn Und dann hatte sie aber Angst Und dann Fragt sie Fragt sie an sich immer Fast immer jeden Der Der neben einen sitzt Äh Entschuldigen Sie Wir kennen uns nicht Aber kann ich Können Sie mir meine Meine Hand mal halten Siehst du Das ist genauso was Wie diese Halloween Sachen Die ich mir eben erzählt hatte Ja genau Das ist mir tatsächlich Auch schon mal passiert Na Schätzelein Hier ist sie zu Hause Auch so ab wie die Achterbahn Ja Okay wir starten Jetzt geht's los Ja jawoll Nun gerne wieder Ich glaube wir waren Bisher in die schlechtesten Heißen drei Die wir jemals hatten Glaube ich auch Oh Gott Also wir sind keine Flirtexperten Oder doch Nein Oder doch Ja wir machen das halt Ganz anders Aber Ich werde Flirtberater Glaube ich Also hier so Verdienen zu viel Geld Wahrscheinlich Und gibt's Tipps Die eigentlich schon Jeder kennt Der Date Doktor Wie kenne ich Der Date Doktor Ja der Date Doktor Ja genau Und der hat dann mal Super Tipp Gehen Sie mal hin Und sprechen Sie mal an Das ist ja ganz was Neues Ja ihr merkt schon Wofür wir oft In Freizeitparks Und auf Kirmes sind Wir haben halt Keine Schnitte bei Frauen Wir sind halt Wir haben keine Schnitte Bei Frauen einfach Wir gehen einfach Wir gehen einfach In Freizeitparks Das ist unser Wir interessieren auch Gar nicht für Frauen Eigentlich Ne Ne Wir sehen so gut aus Wir machen einfach Die Videos Und dann kommen die einfach Die schreiben uns einfach Alle an Und dann geht das halt So den Weg Das ist unsere Masche Die schreiben uns alle an Ja das ist unsere Masche Das heißt auch wieder Das ist gar nicht nötig Nur deswegen Nur deswegen haben wir Den YouTube Lars wir können da jetzt mal Ehrlich sein Nur deswegen haben wir Die YouTube Kanäle Ja damals Ins Leben gerufen Wir wollten eigentlich nur Frauen beeindrucken Dadurch Mit unserer Mit YouTube Ja ja mit unserer Kompletten Ahnungslosigkeit Was Freizeitparks Und Kirmes angeht Und ja Diese Doofheit Die ist halt anziehend Kriegst du auch Die beeindruckt Frauen Und sagt Oh Gott wie süß Du hast auch gerne Erzählt Wie viele hunderte Mehr hast du In diesem letzten Monat Wiederbekommen hast Von irgendwelchen Single Frauen Das war meine Mutter Die hat gesagt Ich soll noch Butter Mit nach Hause bringen Schon unterwegs sind Und Klopapier Und nur Klopapier Mein Kind Es grüßt Mutters Der Vorstand Meld dich mal Wieder Minion So sieht's aus So sieht's aus Ja Genau Ja das sind doch mal Wenn ihr vielleicht noch mal Einige flitte Flotte 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 Anmachsprüche In Freizeitparks Kennt Schreibt dir doch einfach mal Unter Stahl und Holz Ähm Zu schicken Es kommen immer mehr Immer mehr Leute Die Stahl und Holz Jetzt auch bei Instagram folgen Finde ich sehr gut Dankeschön An allen Alle liebe Liebe Follower Dankeschön Dankeschön Vielen lieben Dank Dankeschön 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 Ne sehr sehr cool Ja Ach Ja Ja So ist das Ich hab noch Ich hab mir noch aufgeschrieben Hier Wadibi in Holland Baut eine neue Fußgängerbrücke Wahnsinn Ja die haben doch Ähm Vom Parkplatz Von dem Von dem Halloween Parkplatz Zum Hier einmal so rüber Oder wie Ja genau Die haben doch da Diese Eventfläche Wo auch diese Genau Die DEFCON 1 Zum Beispiel Immer stattfindet Ähm Da Da haben die immer Da haben die immer So eine Notfall Militär Brücke Weiß ich Über die Straße Ähm Und die haben sie jetzt wohl Die wollen sie jetzt wohl Nicht mehr machen Und sind jetzt Haben jetzt Sind dabei Gerade eine Permanente Fußgängerbrücke Über die Hauptstraße Da Zu errichten Ja Okay Neuheit Was du die Im Hansapark 2020 Ja stimmt Hansapark ist auch so eine So eine Brücke Ist auch eine Fußgängerbrücke Mit Rolltreppe Mit Rolltreppe Und Fahrstuhl Ja Das finde ich auch voll cool Da Wenn du da runterkommst Dann fängt der an Zu trellern Da Ich muss Ich habe jetzt schon In den letzten zwei Folgen Jeweils einmal gesagt Dass ich Ähm Die Dokumentationsreihe Schon toll fand Ich habe jetzt wie gesagt Die ersten drei Episoden geguckt Es kommen noch drei weitere Jetzt immer jeweils Freitags Es geht halt da Wirklich um die Disneyland Parks Und die Entstehung Von diesen Parks Und Da siehst du auch mal Wie viele Chefs Disney dann schon hat Es fing ja an mit Walt Disney Dann mit seinem Bruder Und dann Leute die halt Ja Dann nachher diesen Chefsessel hatten Und dann auch nicht mehr Ich sage mal Externe waren Wo es dann natürlich Immer schwierig ist Dann halt dieses Ja Dieses Spirit den Walt Disney Hat dann weiter Fortzuführen Ähm Es geht dann halt Wirklich um Genau Es geht dann halt auch Wirklich um diese Geschichte Der einzelnen Parks Und das man dann halt Ja auch expandiert hat Nachher auch nach Disney Äh nach Paris und so Und äh Dann zeigen die halt auch immer Wie die dann Zu diesen Rides gekommen sind Dass sie sich halt Vieles selber überlegt haben Und ähm Da zeigen sie halt auch Wie sie Pirates of the Caribbean Gebaut haben Und zum Beispiel auch It's a small world Ist zum Beispiel Mit ein paar anderen Sachen Ähm Eine Attraktion gewesen Für Die Weltausstellung In New York Und da ist das dann Ein Jahr lang gelaufen Haben das denn da wieder abgebaut Haben das praktisch Für die Weltausstellung Gebaut Das wurde da bezahlt Die haben es wieder eingepackt Und haben es dann nachher Bei sich ins Disneyland Wieder aufgebaut Und haben dann praktisch Den Ride für umsonst gehabt Und haben sich Den gewundert Oh der Kram läuft ja Ja Wusste ich zum Beispiel auch nicht Also es war wirklich Sehr sehr interessant Nachher auch Dass es dann nachher Eine Krise gab Auch was das Geld angeht Dass man halt Aufs falsche Pferd Ein bisschen gesetzt hat Und so Und ja In der letzten Folge War jetzt großes Thema Disneyland Paris Und es ist halt Eine Disney Serie Über ihre Disney Parks Und es ist halt sogar So ein bisschen kritisch Wo man selber zugibt Dass man da halt Zum Beispiel In Disneyland Paris Nicht wirklich Alles richtig gemacht hat Und Ja ja Da gab es ja Anfangs Probleme Also auch Zu teuer Sind fast keine Besucher gekommen Oder zu wenig viel mehr Sind schon Besucher gekommen Aber viel zu wenig Genau Und es ist ja bis heute Glaube ich Immer noch so Dass Disneyland Paris Immer noch rote Zeilen schreibt Und ich auch Also es ist ja Wann war das? Letztes Jahr Oder vorletztes Jahr Wo der Disney Mutterkonzern Den Park Hier wieder zurückgekauft hat Und ich jetzt da gehofft habe Dass sich da auch Endlich was tut Tatsächlich ja Eine ganze Zeit lang Nichts mehr Aber dann kamen die ja Mit diesen Erweiterungsplänen Da Für die Studios Wo ja jetzt dann Star Wars Land kommt Und Hier Frozen Und weiß ich was Da alles noch kommt Also da kommt wohl noch was Jetzt in den nächsten Jahren Avengers wird ja jetzt Auch ja groß aufgezogen Mit einem Rocken Rollercoaster Der jetzt dann Eine neue Thematisierung Und sowas kriegt Finde ich auch eigentlich Ein bisschen schade Weil ich nicht Den Aerosmith War halt natürlich Als Rock Musikhörer Schon Als Rocker Schön Geliebt hab War schon ein schönes Teil Ja Schön Wenn er da gerockt hat Schramm 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 Und ein bisschen Es wurden da noch Nicht so viel Ich hoffe dass da noch In der nächsten Ausgabe Ein bisschen was mehr kommt Meine Lieblingsattraktion Tower of Terror Oh ja Wie die da zugekommen sind Und wie die das dann da Ja das würde mich auch mal interessieren Also ich hoffe da kommen noch Ein bisschen mehr zu Es kam jetzt nur am Rande Dass das jetzt gebaut wird Ach ja und Tower of Terror Das war's Ne aber das ist schon ganz gut Also es geht halt wirklich Um die Geschichte Von den Anfängen Bis wahrscheinlich Die Jetzt Zeit Keine Ahnung Muss man mal gucken Was die anderen drei Folgen da noch bringen Aber sehr sehr schön Auf jeden Fall Ein Tipp Den man Ja Sich angucken sollte Ja vor allem Ich sollte Joran Sympathisch Wenn die auch immer sagen Sind die nicht immer sagen Ah alles super geil Sondern wirklich dann auch mal sagen Ja gut Da haben wir Fehler gemacht Und da haben wir Fehler gemacht Weil jedes Unternehmen macht Fehler Und wenn die das dann auch noch zugeben Und das vielleicht auch noch dokumentieren Und sagen Das macht ja auch sympathisch Das stimmt Ja Nicht nur sagen Ja Ist nicht immer alles Ja Ist nicht immer alles Und da haben sie auch mal irgendwie So eine Gezeigt wie viel Die mit den Filmen Damals mal gemacht haben Das war halt nur Ich glaube ein Viertel von dem Und das meiste haben sie dann wirklich Mit den Parks gemacht Ne An Kohle Ja Also ich denke mal Dass es jetzt anders ist Aber Ja Ist schon auf jeden Fall Und dann machen sie mal jede Folge In eine andere Stadt Oder wie Oder was Oder wie Ne Nächstes Tokio Oder Ne ne Das ist bunt gestreut Je nachdem wie es halt so kommen ist Die erste Folge hat dann mit dem Tod Von Walt Disney halt praktisch aufgehört Und dann kam halt das Neue Und Ja Die Finan hat da irgendwie immer so Schon so ein bisschen Ja Immer so ein Ende Pro Folge Mhm Und dann hat glaube ich auch Da mit der Finanzkrise Aufgehört so ein bisschen Ja Aber Wie gesagt Es kommt dann halt immer Ein neuer CEO Und der hat dann wieder neue Ideen Und der will dann den Park bauen Und der will dann das wieder erweitern Dann sind sie ja Auf dem asiatischen Markt Hat gegangen Und so Und so hat dann jeder Irgendwie so sein Steckenpferd Und ja Dann erzählen sie dann auch Was sie dann zum Beispiel In Paris anders gemacht haben Wie zum Beispiel dann in Amerika Und Mit Epcot war halt auch Ein sehr großes Thema Was immer wieder vorkam Schon zu Walt Disney Zeiten Dass er das ja bauen wollte Aber dann leider gestorben ist Und der wollte ja wirklich So einen Platz Oder eine Stadt bauen Der Zukunft Mit alles erneuerbaren Energien Und weiß ich was alles Wie Leute dann halt zum Beispiel wohnen Und daraus haben sie ja nachher Das dann Haben sie gesagt Okay das funktioniert so nicht Wir können da ja keine Leute Einziehen lassen Wir bauen dann trotzdem Irgendwie ein Freizeitpark draus Aber mit der Idee von Walt Disney halt Und das ist halt auch ganz witzig Also die haben Damals dort dann Wirklich so viel Land gekauft Dass sie dann nachher Auch gar keine Probleme mehr hatten Nachher mit Anwohnern Die dann halt auch Wegen Tierschutz Und weiß ich was Denn die haben Das Recht erworben Eine Stadt zu bauen Also das ist Eine Stadt Und hatten dann halt Praktisch selber die Rechte Damit zu tun Und machen was sie wollen Und was auch Sehr witzig ist Das hatte ich aber auch schon mal In anderen Dokumentationen gelesen Dass dort in dem Disneyland Oder Disney World ist es ja da Dass die unter dem Disneyland Eine komplette Stadt gebaut haben Da gibt es Tunnel und Wege Unterirdisch Dass die ganzen Leute Und Mitarbeiter Nicht an der Oberfläche Durch die normalen Besucher Laufen müssen Sondern die laufen alle unterirdisch Da sind dann halt auch Autos die da durchfahren Um von A nach B zu kommen Da wird auch der Müll Durchtransportiert Durch irgendwelche Rohre Die auf einer eigenen Mülldeponie Dann landen und so Also das ist sehr sehr interessant Das unter dem Disneyland Packt sich da nochmal Eine andere Stadt Existiert nur für die Mitarbeiter Wo die dann halt Lang gehen Und Bald haben die einen eigenen Staat Ja die untergraben Stimmen wir vor Unter uns Wohnt alles einfach Disneyland Einfach so unten drunter Ey cool Da brauchst du dich nur Hier runterfahren Die Treppen runter Bin ich da im Park Ja Brauch ich keinen Parkplatz mehr suchen Yippie Yippie aje Schweineborki Okay Aje Aje Da kann er wieder af Ja aber du bist ja eh nicht so für Disneyland Ne Doch Ich war lange nicht mehr im Disneyland Im Disneyland Paris war ich ja schon 1997 Oh Gott ist das lange her Und Ja eine meiner Lieblingsattraktionen War ja Space Mountain Natürlich Und ähm Phantom Marmor Oder Marmor Wie heißt das Äh Ja Mähne Nee Das Geisterhaus Phantom Manor heißt das Ja Ja Es gibt ja Leute Die das versehentlich Fette Männer nennen Nachdem ich mal einen Scherz gemacht habe Sehr Ach das war wirklich nur ein Versehen Von den Leuten Fette Männer War wirklich nur ein Versehen Ja Und äh Big Thunder Mountain Fand ich auch sehr cool Zumindest auch der Anfang Damit habe ich gar nicht gerechnet Wenn du losfährst Geht es ja erstmal so In so einen Tunnel rein Und dann ballerst du ja Unterm See gleich so los Ja Und dann kriegst du sie dann noch Das mag ich ja Ah es ist herrlich Herrlich Das ist was für ein Papa Das finde ich schon wirklich cool Ähm Wo ich enttäuscht war War die Indiana Jones Achterbahn Die fuhr damals vorwärts Mhm Noch Wie ich da war Und da habe ich über zwei Stunden angestanden Und dachte Boah cool Mal gucken was das wird Für den Scheiß Und dann Super Es war so 0815 So richtig so Boah Ja Hm Kann man mal machen Aber es ist auch nichts Tolles Und da war ich so ein bisschen enttäuscht Pirates of the Caribbean Habe ich nicht geschafft Leider An dem Tag war das sehr voll Wo wir da waren Small World bin ich gefahren Da hatte ich natürlich auch nachher So ein Ohrwurm drin Small World Ging aber relativ schnell Die Q-Line Das hat mich schon gewundert Irgendwas stimmt da nicht Und Ähm Ja ich weiß gar nicht Was bin ich ja noch gefahren Ich glaube das war schon fast Weil das war so voll An dem Tag Und wir waren leider auch nur einen Tag da Leider Und dann wollte ich ursprünglich noch die Parade sehen Aber nein Also wir haben mal mit der Klasse da An der Klassenfahrt Damals in Paris Oh okay Ähm Und die wollten dann alle schon los Und da habe ich auch gesagt Oh Kinders Feuer weg kommt doch alles Und nein Die wollten dann alle los Und naja Da musstest du dich natürlich auch nachrichten Nach der Allgemeinheit Und ja Gemein Ja ist auch gemein Von daher bin ich doch Disney mag ich ganz gerne Also ich fand auch Big Thunder Mountain damals Richtig richtig gut Als Kind Und die haben auch nochmal In der Dokumentation gesagt Dass sie die halt nochmal anders auch gemacht haben Wie die anderen Big Thunder Mountains Die es halt sonst so In den anderen Parks gibt Und für viele ist ja auch Das in Paris Das beste Big Thunder Mountain Was es überhaupt gibt In Disney Parks Echt? Ja und ich fand es damals Schon cool als Kind Aber ich habe mich noch daran erinnert Dass es halt wirklich Laut war so Ne Wenn du da Den Kettenlift hoch Und äh Als ich dann jetzt Vor zwei oder drei Jahren Das erstmal Nach meiner Kindheit Wieder da war Ich habe mich so Ich denke so Ey wie laut ist das Das war Das war schon fast so laut Dass du dir die Ohren zu halten musstest Wenn du da hoch fährst Also es war mega mega laut Und es roch auch so lecker Nach Öl und Kettenfett Und so Ah Mh Wie so ein Maschinenmann Hier schon Und ich fand halt nur Dass sie halt sehr sehr langsam ist Also das ist halt Das ist keine Achterbahn Wo du jetzt so Zwillenmäßig abgehen kannst Aber es ist halt wirklich Ein Träumen Ja also auch von der Thematisierung Hier ist das schon wirklich Krass Ja Aber schnell ist sie nicht Ne das stimmt Und das dauert Bis so Mensch Ja Ja es ist schon Aber schon toll gemacht Auf so einer Insel Da mitten auf dem See Ne Und dann fährst du da irgendwie Unterm See Das ist schon toll gemacht Also hat schon was Haben sie gut gemacht Haben sie gut gemacht Haben sie gut gemacht Ja alle gut gemacht Ja schön Aber was ich Also auf der einen Seite Lustig fand Aber auf der anderen Seite Auch sehr traurig Ist ich war ja auch Als Kind da Das letzte Mal Und Dass im Disneyland Als solches Sich seit meiner Kindheit Und ich glaube auch Seitdem der Park In Paris geöffnet hat Sich im Hauptpark Nichts grundlegend Verändert hat Die Attraktionen Sind immer noch Genauso da Wie sie waren Ja Es ist nichts Dazu gekommen Es ist nichts Weggefallen Es ist einfach Immer noch so Wie es damals war Und ich glaube Wann haben sie auch gemacht 92 War das 92 Ich weiß nicht Ich glaube 92 Ja es kann sein Muss man überlegen Wenn jetzt zum Beispiel Ein Europapark Ein Phantasialand Ein Weiß ich Die Part Aventura Sonst irgendwelche Parks In Europa So einfach zu sagen Ja wir machen jetzt Ein Park auf Und seit 92 Keine neue Attraktion Da reinhaut Da wird doch Kein Schwanz Mehr hinfahren Oder Irgendwann ist es doch Durch das Thema Ja das ist auch Die Marke Disney Glaube ich Also da ist das Wirklich so Die haben natürlich Da ein ganz großes Pluspunkt Ist ja auch das Schloss Das wird ja auch Nie verändert Irgendwie In dieser Form Ich glaube Das haben die Das brauchen die Also klar Die brauchen immer So neue Attraktionen So Neuerungen Brauchen die schon Aber so im Hauptpark Großartig ändern Das brauchen die Glaube ich gar nicht Die Marke Disney Ist einfach zu stark Ja Man muss halt nur Gut sagen Die Studios Die Studios sind dann Irgendwann dazugekommen Schon klar Da finde ich es aber Auch sehr traurig Weil ich weiß nicht Wann die dazugekommen Sind Aber so dann Gab es die Jetzt ja nun auch Nicht Und dass man jetzt Zum Beispiel Dann auch schon Sachen abreißen muss Zum Beispiel Jetzt sind ja Die Studio Trump Tour Wo ich immer gedacht habe Oh das ist so ein bisschen Wie in Amerika Wenn du mit diesem Bus da so durchfährst Mit diesem Vehikel Und dann kommt da Das Wasser von überall In dieser Szene Da auf sich zu Das fand ich Voll richtig cool Das gibt es jetzt Nicht mehr Weil die jetzt Diese Erweiterung bauen Und das haben sie Jetzt abgerissen Ach ja stimmt 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 Hab ich gelesen Mist Hab ich gar nicht Miterlebt Gibt es ein On-Ride Bei mir auf dem Kanal Weiß ich Hab ich schon gesehen Ist schön Mit dem Wasser Und der Ölpumpe Und mit dem Drachen In dem Feuer Und so Ja und Terror auf Terror Bespalten Feuer Sausia Sausia Grrr Pepper Oh Warte mal Ah ne Hab ich gerade nicht hier Ich hab Moment Moment Ich komm sofort Wir sind gerade beim Thema Ich bin sofort wieder da Ja toll Jetzt geht er hier aus dem Tonstudio Weißt du Und Bin hier im Podcast auf Oh Gott ey Ja ich bin Ich bin schon wieder Ich bin schon wieder am Platz So Hat das gedauert Also ich hab Wir haben es natürlich geschnitten Er war Zehn Minuten war er weg Ich hab hier so eine App Die Ich weiß nicht Kennt ihr vielleicht Mile Deals Also für Schnäppchenjäger Da gibt es manchmal Lustere Vergünstigte Sachen Vielleicht gibt es auch Weiter ein neues Mikrofon Ein bisschen günstiger Also da kann man so Schnäppchen halt machen Überall Leute die die Schnäppchen sehen Können die da einstellen So und da war jetzt am Wochenende Eine App im Angebot Wo ich gesagt Ja jetzt Bei iOS ist es kostenlos Am Wochenende Und die hab ich mir natürlich Sofort runtergeladen Sekunde Ich lass es mal kurz Ich öffne diese App jetzt mal Und lass es einfach mal abspielen Moment mal Nur das erste Moment So Also damit geht es los So wird es wahrscheinlich Nachher Können wir es nicht monetarisieren Moment Ist eigentlich egal Blalalalalala Hier gibt es viele lustige Spiele Immer wenn du spielst Verdienst du ein paar Punkte Ich will Punkte verdienen Ich kann Punkte dann im Laden ausgeben Mit Sausia Ich kann Punkte im Laden ausgeben Pass mal auf Und hier Pepper Pick Ich auch Das ist voll super Nicht so doll Jetzt kann man hier die Pepper Einfach so ein bisschen Oh jetzt dreht die sich In dieser Tasse Ich will aber eigentlich den Schorchen Die rote Die rote Nicht die Berühr die rote Taste Hoppla Hoppla Ja mach ich doch Hoppla Jetzt seh ich wie Ben spielt So Auch so schlecht Ich wollte aufhören Hier gibt es noch ein anderes Spiel Oh Ja ich auch Und die Türchen ist auch begeistert Toll oder Oh mein Gott Ja Pepper Pick Aber kein Sausia Ich liebe den Sausia von Schorchi Genau Schorchi Schönschaftswein Schöne Scheiche Scheiche Muss ich mal selbst runterladen Also ganz ehrlich Ich habe schon überlegt Ein Kind zu zeugen Nur wegen Pepper Pick Ich brauche ein Kind Mit dem ich das Mit dem ich das gucken kann Ich liebe Pepper Pick Ganz ehrlich Also wenn es jemanden gibt Also wenn es jemanden gibt Der sich bereit Wer sich dafür zu bereit schlägt Einfach mal Einfach mal Einfach mal nach Oh Gott Vanessa killt mich Nein Zu vorne oder hinten In der Achterbahn Was hattest du gesagt Ach egal So schmierig wie Kettenfett Ja genau Oh wie das Kettenfett Oh lecker lecker Ja also ich hatte glaube ich letztens auch einen Kommentar Liebe Grüße Ich weiß gar nicht mehr Von wem es war Es ist jetzt doch wild Wenn ich dann sage Irgendwie nur in den Kommentar Und ich weiß nicht Wer den geschrieben hat Oder Es ist nicht so toll Es ist nicht so klug Wer war denn das Ach wer war denn das Ich gucke mal kurz Wir sind ja ja Man kann ja hier alles machen Heutzutage Wir sind ja frei Wir sind ja hier interaktiv Interaktiv Will ich hier mal In die Kommentare angucken Weil das hier so Schönes gibt Schöner lecker Herzchen Lecker Herzchen So Bis jetzt Sonder alle Lockdown Nervt Ben und so weiter nicht Also wir können ja vielleicht auch mal Ich weiß nicht Keine Ahnung wer das geschrieben hat Was das wäre Wir könnten ja auch mal Einfach Da müssten wir vorbereiten Für die Die heißen drei Die heißen drei Bescheiden Kommentare machen Weil es gibt so So viel an Zeugs Wo ich mir denke So meine Güte Meine Güte Was sollte man schreiben Egal Einer Ich hab's jetzt Ich find's gerade auch wirklich nicht mehr Shame Shame on me Was Ich weiß Hier sind aber auch nicht alle neu Sag mal Hast du eigentlich auch Dieses Kreativstudio Dieses Creative Studio Bei YouTube Bei YouTube Was nutzt du das neue oder das alte Achso ja Ne Aktuell Ich switche immer Aber bevorzugt aktuell immer noch das alte Das wird ja aber Ende April eingestellt Ist ernsthaft Ist das komplett weg Ich komm da nicht mehr klar Ich find da auch nicht alles Ich weiß nicht was das soll Ja Ja was soll das Was soll das Ähm Verstehe überhaupt diese Frage Überhaupt nicht Ähm Die können dir das einfach Der News wird eingestellt Wie können die das einfach abschalten Ich glaub Weil sie es können Ich bin jedes Mal Wir stehen das jetzt einfach mal ein Also ich glaub Die meisten Leute Die wissen gar nicht wovon wir reden Also da Wo wir unsere YouTube Videos Einstellen und bearbeiten Wo dann ein Titel hinzukommt Ein Bild und weiß ich was Äh Das hat sich grundlegend geändert Aber schon vor weiß ich wie vielen Monaten Wenn nicht sogar Jahre Aber man konnte immer Auf die alte Version Die man halt viel länger schon gewohnt ist Immer zurückschalten Und jedes Mal Wenn du ein Video hochladen willst Jedes Mal Wenn du in die Kommentare gucken willst Musst du immer bestätigen Nein Ich will die alte Ansicht haben So jedes Mal Wollen sie wirklich Oh ja Und warum denn Ja es wärmt Und ich gebe so noch mal ein Feedback Warum Ist denn alles gut daran Immer dreimal wegklicken oder so Ja ja Das Ja Retro Chris hat geschrieben Ähm Ich habe den Fetisch Ben und Lars Über Fetische reden zu hören Hoffen da kommt bald noch genug Content Ähm Ja also das war Über die Folge 3 Glaube ich war das Äh Wo wir über diese Fetische geredet haben Ähm Weißt du noch? Achso Also da habe ich Da denke ich auch mal Vielleicht sollten wir Es gibt glaube ich Es gibt Listen Von Fetischen Ja Wo es wirklich Wo jeder Fetisch aufgesählt wird Vielleicht sollten wir wirklich mal Irgendwann eine Sondersendung Über Fetische machen Ich finde das gut Das sollte man mal machen Alle Leute Ich finde das gut Ja wenn ihr das wollt Wenn Leute das nicht wollen Dann können die ja Brauchen die ja gar nicht einschalten Wir würden das so kennzeichnen Dass sie mehr wissen Um was geht Hauert bei Eis.de Ja Also Hier ist ja wieder der Ben und der Lars Ihr hofft allein Also es gibt Ach komm soll ich das für das Ich glaube ich hebe das auf Es gibt ein Thema Das Ich habe nie gedacht Dass es sowas gibt Aber ich glaube Das nehmen wir uns Das nehmen wir uns für die Sendung auf Weil es ist Es ist unglaublich Was alles über das Internet machbar ist Es ist Wahnsinn Ich ahne Ich ahne Ich ahne Schlimmes Wir lassen es dann Wir lassen es mal mit da Wir sagen Wir sagen Dass ich das noch In mir brodelt Ich bin der Bertram Ich mache Kleine Teddybären an Sie können Teddybären Ich kann noch Frauen Einfach mal Hackfleisch in den Teddybären füllen Und dann Naja Hackfleisch in den Teddybären füllen Ja Musst du den ja vorher ausdingsen Na klar Naja egal Du hast ja auch schon mitbekommen Was In der In der letzten Zeit In den letzten Wochen Sich so ein bisschen Sowas im Internet Und bei Social Media So tut Ich bin sehr überrascht Also entweder Es ist halt einfach die Zeit Wo die Leute zu Hause sitzen Und irgendwie Weiß ich nicht Denken Och was machen wir denn jetzt Wir sitzen ja zu Hause Richtig Richtig gut Also Gar nicht Gar nicht negativ Ihr habt zum Beispiel Ich weiß gar nicht mehr wie es heißt Patrick Marx Sagt dem einen oder anderen Vielleicht ein bisschen was Ist zu Ist beim Im Europapark Tätrich 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 Verantwortlich Unter anderem Wer Vielleicht mal hier und da Vom Europapark Ein paar Dokumentationen gesehen hat Der weiß Wer Patrick Marx ist Hat zum Beispiel auch War maßgeblich Auch in dem Umbau Von der Eurosat Tätig Und Volitarium Hat da mitgearbeitet Und 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 War zum Beispiel Bei FKF Convention Auch Speaker In diesem Jahr Und Er hat jetzt mit einem Kollegen Von Mark Rides Einen YouTube Kanal Wo er Backstage Videos Aus dem Europapark Veröffentlicht Finde ich Ganz cool Genau Also Patrick Marx Ist Head of New Development Und Master Planning Bei Max Solutions So steht es auf jeden Fall Bei der FKF Convention auf der Seite Ähm Ja genau Also der hat auch Dann da Zum Kankankoaster Umbau Vieles erzählt Bei Bei der Convention Wir waren sogar In der In der Eurosat Kugel drin Könnten uns das angucken In der Offseason Fast In der Ja das auch In der Offseason In der Offseason Also Ja Der Der Patrick Marx Hat jetzt wie gesagt Einen YouTube Kanal Wie heißt der denn noch Hatte ich das nicht Wollte ich gerade fragen Wie heißt denn der Habe ich das nicht geschickt Ich habe das Ich habe das Leuten Ich habe das Leuten geschickt Ich Überbrück meine Sekunde Ich suche sofort Ich bin gleich bei euch Also ich habe doch nichts Irgendwie Äh Ich kann ja nochmal kurz erzählen Ähm Wir haben ja auch immer die Rubrik Ähm Die vergessene Attraktion Und ich glaube Ich glaube in der Folge Zwei oder drei Habe ich über eine Attraktion Äh gesprochen Wo ich den Namen nicht wusste Von der Kims Attraktion Ich wusste nur eben Der sah aus wie So ein Musik Express Aber mit Oldtimern Und es hat ein Zuschauer Und es hat ein Zuschauer Oder Zuhörer In dem Sinne Ein Zuhörer Mir eine Mail Geschrieben Äh Der Markus Wogon Ich glaube ich habe das jetzt Richtig ausgesprochen Wenn nicht Sorry Markus Ähm Du hattest mir Markus wusste Wie die Attraktion heißt Und wusste auch Welche ich meine Die heißt Auto, Berg und Talbahn Und war Von der Firma Schröder Aus Prez Ähm Da gibt es auch noch Auf ride-index.de Ein paar Bilder dazu Habe ich auch mir angeschaut Und das war auch tatsächlich Die Attraktion Ähm Die ist aber mittlerweile Eingelagert Oder Keine Ahnung Die existiert nicht mehr Leider Und äh Ich habe auch mal Das Netz durchforscht Es gibt auch nur noch So alte Bilder Zwei, drei, vier Stück Auf Auf Google Über Ride-index.de Meine ich Ähm Und nirgends Du findest kein Video davon Ich habe YouTube geschaut Du findest über diese Attraktion Kein Video Ich glaube zuletzt war sie 2009 Irgendwie noch aktiv Bin ich der Meinung Habe ich gelesen Ich habe auch gerade Bilder Davon Ich habe es auch gesucht Kein Netz Äh Hier kein Video Aber das ist ja dann Keine Bilder Großartig mehr Echt krass Wie groß die Wagen da aussehen Ist krass Hast du das mal gesehen Gerade gegoogelt Oder Ja Habe ich gerade geguckt Ja Und die Attraktion war ja Ich weiß gar nicht Anfang der 90er Äh nicht Anfang Anfang von 1929 Oder was Einsehen Steht da irgendwie Kommt auch hier Berg und Talbahn Die immer in Düren steht Ihr fahrt ins Paradies Okay Aber das ist das ja nicht Oder ist das das Ja schon krass Moment mal Naja Ich war Ja Eine Sekunde Moment Das kann nicht sein Das ist ja viel zu groß Ja das war richtig Und auch Die Lichter Und alles so was Also die Deko Die Wie ich das Bild Dann gesehen habe Ich sage Das ist ja krass Genau die Attraktion Meinte ich Vielen vielen lieben Dank Markus an dieser Stelle Wirklich krass Dass du das Wusstest Die Bahn wurde 1900 Als Schwebebahn gebaut Sie wurde dann Im Jahre 1923 Von C.H. Wespermann Aus Mölln Zur Auto Berg und Talbahn Umgebaut Nach dem Umbau Gingen sie dann 1951 In den Besitz Von H. Petersen Aus Brez Über Diese Reiste Dann bis 1963 Durch Holstein Im Jahr 1963 Wurde die Bahn Dann durch Ein Feuer In Neustadt Stark beschädigt Sie wurde dann Wieder Aufgebaut Nach dem Aufbau Gingen sie dann In den Besitz Von Familie Max Schröder Über Diese sind Heute noch Im Besitz Dieser Bahn Allerdings In der nächsten Generation Unter Tom Schröder Sie ist Noch heute Eine Attraktion Für Jung und Alt Das Karussell Hat einen Gesamtdurchmeißer Von 15 Meter Mit Kasse Und Aufgang Und ist Einem Einwandfreien Zustand Und besteht TÜV und Sonderprüfung Ohne Beanstandung Das war aber Aus dem Jahre 2007 Ich hab das Gerade Im Forum Gefunden Ja So aus dem Echt krass Und diese Attraktion Stand mal In Ball Steht Auf so einer Kleinen Kirmes Und da war ich Und Blitzlichter war Und der Tunnel war dunkel Der wurde mir extra abgedunkelt Oh romantisch Der war nicht so hell Romantisch Und Nebel Im Tunnel Nebel im Tunnel Super geil Und Bei einem Oldtimer Das weiß ich noch Ein Fahrzeug war schwarz Und da war vorne Eine Ente drauf So eine quietsche Ente Aber das muss ja dann Wirklich so ein bisschen Wirklich Kennst du Fahrt ins Paradies Ist das dasselbe Ist das dasselbe Ding Weiß ich nicht Weiß ich nicht Keine Ahnung Also vom Typ her Das müsste groß sein Aber so wenn man So davor steht Also das sieht halt So schon Sehr ähnlich aus Ja Aber ich hab jetzt Nichts davon gefunden Also ich glaub nicht Dass es das ist Aber Ja also wenn ihr da noch mehr Von will Also sehr schönes Fahrgeschäft Sollt ihr euch auf jeden Fall mal angucken Und wenn ihr noch mehr dazu wisst Gerne mal Wie gesagt schade Ich hätte gerne mal so ein Video gesehen Aber es ist Auf YouTube hab ich nichts gefunden Aber ich hab auf Google auch mal geschaut Nix Nix Das ist echt krass Schade 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 Ja also wir waren ja eben nochmal bei Patrick Marx On seinem YouTube Kanal Es tut mir leid Ich weiß jetzt noch grad nicht Wie der andere Kollege noch hieß Also Hashtag Next Park Nerds Heißt das Ganze Findet man wahrscheinlich auch unter Also next mit xt groß Aber das ist glaube ich Wenn du das suchst Ganz egal Ich weiß nicht Ob jetzt noch eine neue Folge Dazu gekommen ist Sie können ja mal kurz Ich bin ja gerade dabei Next Park Nerds Alles zusammengeschrieben Übrigens Wie gesagt Guck mal Guck mal Siehst du Ist es sogar noch eine dritte Folge hinzu Also bisher gab es die Folgen Euromir Und Voletarium Und Ach guck mal Vor vier Stunden Wir nehmen heute übrigens wieder Montag auf Ist die Folge 3 hinzugekommen Sie geht 10 Minuten 25 Zu Eurosat Ja Also Wir haben jetzt schon 649 Abonnenten Das ist auf jeden Fall Genau Max und Mundi Also der andere Kollege Heißt Mundi Mit Nachnamen Und wie gesagt Der arbeitet glaube ich Bei Mark Wright selber Ja und das ist halt schon Man muss auf jeden Fall In der ersten Folge sagt man Dass es nichts ist Was vom Europapark selber kommt Sondern Sie zeigen halt schon ihren Arbeitsplatz Aber das ist halt Sachen Von sich selber Ist jetzt nichts offizielles vom Europapark Das ist die eine Sache Auch mit wie gesagt Freizeitpark angestellt Und dann Haben wir wieder neue Kollegen bekommen Lars Diese Woche Am Wochenende Ja Podcast mäßig Bleib neugierig Podcast Ist an den Start gegangen Erste Folge Achso Das hattest du mir glaube ich geschrieben Ja genau Ja okay Von Chris Oder Chris Theis Genau Von Chris Theis Aus dem Phantasialand Mit einem Mitarbeiter glaube ich Ich hoffe ich Ich sage nichts Falsches Auch vom Phantasialand Beide Ja im Phantasialand Wo tätig Haben jetzt auch Einen Podcast So wie ich das Verstanden habe War die Idee Schon Wohl länger im Raum Aber jetzt Kam am Wochenende Ich glaube am Samstag Die erste Folge raus Gibt es bei Spotify Ich weiß nicht Ob es sonst noch Irgendwo anders ist Aber Ja dann auch so ein bisschen Außer erster Hand Ja Von Chris Theis Auch wer Aus dem Park Dann halt direkt Ja Auch auf jeden Fall Mal Interessant Da mal Reizuhören Aber vorher unsere Folgen Ganz wichtig Wir geben hier nicht Die Tipps einfach so Da muss erstmal Hier auch von So Nein Quatsch Aber Ja Also ich finde es halt Ganz gut Also so eine So eine Pause Bietet dann halt Dann auch Für uns dann nochmal So ein bisschen was Wo man sich dann Doch ein bisschen Mal Zeit nehmen kann Und dann In einer Ruhigen Minute Sich dann sowas Mal angucken kann Finde ich auch ganz nett Ja genau Höre ich auch mal ein Wie findet man Wie heißt Wie war das nochmal Der Name Bleibt neugierig Bleibt neugierig Und dann finde ich das schon Ja genau Weil das war ja auch Immer der Das war ja immer Der Spruch Den Chris Ja immer In den Videos Zum Wintertraum War es Wintertraum War es Wintertraum Es gab es auch immer So eine Serie Auf Ja Auf YouTube Kanal Vom Phantasialand Und am Ende Hat er immer gesagt Bleib Bleib neugierig Nicht bleibt Sondern bleib neugierig Podcast von Chris Theis Und Torben Taller So jetzt haben wir es auch Ja Ja komm ich immer gerne rein So Torben Taller Kenn ich den? Torben Taller Ich hab Ich hab Ach Wer hat man ja das Internet Ne? Ja ich weiß es nicht Keine Ahnung Naja ist ja Irgendwo auf jeden Fall mal rein Ja Was machst du jetzt noch Im Rest der Der Rest der Woche Steht noch was an Irgendwie Kirmesbesuch Kirmesbesuch Äh War Virtual Rides Oder was? Ja Kommen ja auch jetzt Immer wieder neue So Videos So von irgendwelchen Leuten Die jetzt so Bei Virtual Rides Und so Irgendwo den Ansager machen Hier Den Reko Oder Dutzende Leute Die ihr Kind In einem Karton Vorm Fernseher halten Und dann On-Ride abspielen Da hab ich das Gefühl Dass das mehr wird Ja Dass jeder jetzt irgendwie Da Kind und Kegel In so eine Box setzen Vom Fernseher Und die Kinder jetzt neu Nachspritzen Oder einen Ventilator Hab ich irgendwo wieder gesehen Und oh Das ist ja Aber über eine Million Klicks Ne Also hab ich irgendwo gesehen Ja Wir brauchen Du denkst ey Das gab's doch schon Das gibt's doch schon Wie Weiß ich nicht Das hat man doch jetzt schon X Male gesehen Ja Ja wie gesagt Lars Wir brauchen Wir brauchen Kinder Also On-Ride Haben wir Wir brauchen Kinder Dann würden wir auch so viele Klicks haben Ich hab keine Zeit Ich bin ja immer froh Dass ich hier In der Quarantäne Hier In Anführungszeichen Quarantäne Meine Ruhe hab Und Glas Und Glas Hast du mal einen Schnickers Oder einen Kinderriegel Nein der Papa muss jetzt arbeiten hier Guck dir mal in die leckere Schublade In die leckere Schublade Hast du das auch Oma und Opa haben immer eine leckere Schublade gehabt Kennst du das auch noch Ja Im Schrank Guck mal in der großen Stube Oben rechts Da war immer der Schrank Und da waren immer die Naschis drin Kleine Naschis Da sind die Naschis Oma hast du was für Naschis Guck dir mal da oben Aber nicht Opa sagen Oder so eine kleine Schale Auf dem Tisch Im Wohnzimmer Auf dem Wohnzimmertisch Wo dann immer so Bonbons waren Und da wolltest du immer eins Oh ja Die Stock Riesen Riesen Schokolade Ja Diese Bonbons Oh Oder Rumkugeln Oder dann halt einfach so So Riesen Bonbons Oder so Bonbons Wolltest du eins von nehmen Da hat sie auf einmal Die ganzen Die ganzen Weil die alles so kleben Von der Haarumtemperatur Die ganzen Die ganzen Dinger in der Hand Oh ja Die kleben ja voll Das ist extra Das ist von meinem Speichel Die habe ich alle angeleckt Vorher Damit keiner einfach rüber geht Ich wollte daraus Ein Disselschloss bauen Klebte nicht Ich brauche nur noch 371.000 kleine Bonbons Die Schnitzigbier Naschis Die Naschis Genau Ja das kenne ich auch Ah Naschis Ah der Blick gerade Naja Ja Was machst du noch die Woche Ist irgendwas Sensationell Cooles geplant auf Arbeit Ja also arbeiten ist ja Homeoffice Sensationell Darf ich jetzt einen Tag In der Woche Warum auch immer Wurden wir wieder Zurück geordert In die Firma Wir sitzen dann halt Alleine da Also jeder an einem Anderen Tag Der Kommunikationswillen Also Merkt man den Sinn An dem Ganzen Wenn alle anderen Zuhause bleiben Nur wenn man als Einziger Dann wirklich Dann da sitzt Dann ist das ja genauso Alleine Ja das ist sehr effizient Weil man ja sowieso Den Hörer in die Hand nehmen muss Und dann telefonieren muss Mit den Leuten Mit denen man ja Kontakt hat Oder haben soll Das ist genauso Als wenn man von zu Hause Aber ich verstehe es Manchmal nicht Sollst du vielleicht nur gucken Ob die Firma noch steht Zur Sicherheit Ja ich weiß nicht Also das ist Naja Man muss auch nicht Immer einen Sinn drin sehen Der Arbeitgeber bestimmt Und dann macht man das auch manchmal Aber wäre schon schön Wenn ich einen Sinn sehe Ja also ich Ganz ehrlich Ich muss halt auch Was ich halt Sehe ist halt so Ich kümmere mich auch Ein bisschen so um meine Mutter Die ist halt schon über 70 Also auch im gefährdeten Alter Und dann vermeide ich natürlich Alles was irgendwie Schädigend ist Und auch in die Firma gehen Ist für mich dann irgendwo Schädigend Wenn man es nicht muss Und deswegen sehe ich Den Sinn da nicht so ganz hinter Muss ich ganz ehrlich sagen Aber es ist halt Erstmal so Muss man mal gucken Ja Ansonsten freue ich mich dann auch wieder Aufs nächste Wochenende Lars Und wir sind ja Wir haben ja noch gar nicht drüber geredet Wir sind ja in der Vorösterlichen Sendung Ne Stimmt ja Ist ja bei Ostern Morgen Ist Karfreitag Morgen ist Karfreitag Morgen ist ja schon Karfreitag Und Ich weiß gar nicht Ob das jetzt überhaupt Stattfindet Es gibt Auf RTL Ist noch Feuer Ja Wer macht das an Wenn keiner hin darf Geil Das Hände-Ei-Prinzip Äh Wird auch wie verbrannt Es gibt Es wurde von RTL Groß angekündigt Oh nee Was sind jetzt schon wieder von denen Äh Was geil oder was Nein Warte mal Also ich Mit ganz vielen Schauspielern Oh nee RTL zeigt besondere Liveshow Ostern mit dir Wir bleiben zu Hause Also dann wird das wahrscheinlich Doch nichts Ich war Ich finde es gerade nicht Zeig mal Das ist nicht eingestellt Diese Virtuell Kram da Von RTL Also das können wir Zwei drei Folgen Ah ich hab's gerade gefunden Also Ja Da reden wir gleich kurz nochmal drüber Also RTL hat ganz groß angekündigt Auch schon Monate im Voraus Die Passion aufzuführen An Ostern Ein Live Event Live aus dem Ruhrgebiet In Essen Da soll die Passion Christi Aufgeführt werden Als RTL Musical Mit ganz vielen Schauspielern Neben die SDS Da sollten auch GZSZ Darsteller Und berühmte Musiker Ähm Dort erscheinen Die dann halt live Und ich Wenn ich mich richtig Erinnere Sollte Alexander Klaas Jesus spielen Ich weiß es nicht Aber Ja Der ist doch bei Winnetou Ach nee Finde auch nicht statt Kamal spiele Ein Sägeberg Ja Ich will auch den Winnetou Winnetou Auch das noch Ja Ja aber ich Ich glaube das findet nicht statt Also kann mir die vorstellen Weil ich glaube Ende Äh Mai werden eigentlich die Proben Oh das ist natürlich Äh Das äh Ne Ja Auf jeden Fall hier bei Ruhr24.de Steht jetzt gerade Veranstaltungsverbot in NRW Die Passion RTL-Streich Wegen Coronavirus Im Ruhrgebiet Live Event aus Essen Also wahrscheinlich Wird das jetzt doch nicht stattfinden Ne Aber ganz ehrlich Also das was wir halt auch Manchmal so Hab ich mich echt mal Muss ich echt so ein bisschen schmunzeln So das was Wir auf YouTube ab und an veranstalten So Livestreams Ne Äh Hatten wir ja auch schon Zum Beispiel Wenn irgendwie Specials ist Dass man halt mit mehreren Leuten Livestreams macht und so Dass man das als Primetime Unterhaltung Ins Fernsehen holt Fand ich auch ganz lustig irgendwie Äh Mit minderwertigen Äh Logitech Kameras Oder Äh iPhone Kameras Sitzt man dann da neben Weiß ich nicht Günther Jauch Und äh Thomas Gottschalk Und irgendein Äh Olli Pocher Und die erzählen sich da ein Live Äh Günstiger kann man Eine Live Produktion Gar nicht haben Und Zurecht wurde es auch glaube ich Nach einer Woche Oder schon wieder Abgesetzt Ja das interessiert auch keiner Das guckt da keiner Im Fernsehen Also wenn du schon so eine Die miese Qualität da Äh Wer hat mir das dann Hat Holger Ich glaube Holger hat einen Bericht Drüber gebracht Hier vom Massengeschmack TV Ja Oder hat er das erzählt Ich weiß das gar nicht mehr Ne ich glaube er hat das erzählt Er hat keinen Bericht drüber gebracht Aber er hat das glaube ich erzählt Bin ich der Meinung Und hat auch gesagt Das war bei Thomas Gottschalk Auch eine rottenschlechte Qualität Also auch die Die Webcam Katastrophe Und äh Ton wohl auch nicht doll Und das kannst du doch Irgendens Fernsehen bringen Nein Vor allem Das ist schon billig ne Ja aber Pocher saß dann da Irgendwie so in der Küche Und dann saß er halt Auf der anderen Seite Genauso Wenn wir hier skypen Mit Pascal Und mit Moritz Und so zusammen Saß sie da so Und Günther ja auch Guckte ja immer Hatte die Kamera so weit oben Und musste dann halt Immer so ein bisschen Da oben gucken Und dann saß sie so Als ob er die Augen immer zu hatte Und vor der Kamera Irgendwie eingepennt wäre Und der hat auch die ganze Zeit Nix gesagt Und dann kam Werbung Und sonst irgendwas Und er saß ja immer so Keine Ahnung ey Es ist so als ob man Als ob der Pocher Irgendwie mit Opa Und eine Tante Klausi Da irgendwie Am Telefonieren ist Mein Gott Na wie geht's euch Gut Und dir Auch gut Schön Das ist ja gut Was machen wir jetzt noch Zwei Stunden lang Und sonst so Was machen die Blumen draußen Wachsen die Ja ja Ah das gab's noch mehr Sendungen Es gab solche von Von Forster Mark Forster hatte da Auf Fox auch irgendwie sowas Er hat dann Über Über Internet Musik gemacht Mit irgendwelchen Künstlern Ich meine auch so Für viele Fernsehsende Und viele Live Sendungen Ist es momentan schwer Heute Show Oder Oder hier Let's Dance Also alles ohne Publikum Das ist schon irgendwie Ein bisschen Ein bisschen komisch Oder auch Wie heißt es ja noch Hier mit Mit Glas Late Night Berlin Und so Das ist halt schon Wenn da kein Lacher kommt Und Es ist halt Ein ganz anderes Komisches Gefühl Ah das ist Das ist Ne Das zieht er nicht so richtig Da kannst du eher Alte Folgen Wieder abspielen Oder keine Ahnung Aber da kannst du es ja Gleich lassen Ja Bringt ja nix Bringt nix Ja Aber Wir versuchen es halt Irgendwie ein bisschen Und ja Ich bin mal gespannt Was dann halt irgendwann Irgendwann noch kommt Weil ich denke mal So viele Fernsehproduktionen Die halt schon vorher Dann aufgezeichnet werden Und später Ausgestrahlt werden Die sind ja Noch in Produktion Und dann ist es wahrscheinlich Auch so Dass man halt vieles Auch erst später Dann halt irgendwie Mitkriegt Dass dann da irgendwie Was fehlt Oder so Ich weiß nicht wie das ist Wenn Sie so sehen Aber ich gucke es ja eh nicht Also deswegen ist es auch nicht So relevant Ach Naja schauen wir mal Aber sonst so Ostern Bei dir ein Thema Nö Also Dieses Jahr ja nicht Ja was willst du machen Osterhasen fressen Telefonieren Keine Ahnung Ja Videokonferenzen Kann ich schon gar nicht mehr sehen Es ist Ja weiß ich nicht Kannst ja nix machen So Ja Streaming gucken Lesen Obwohl lesen Hörbücher hören Bin ich so der Leser Und Wieder mal Hörbücher Ausgehen Mal rechts rum Mal links rum Um mal anderes zu sehen Genau mal im Kopf Und Mal zum Auto gehen Mal umparken Cool Und bei dir? Ja also ich Ich feier Streife bei uns Hier bei uns im Viertel Ja also Streife? Ja ich hab mir erst so ein bisschen Wenn Leute alleine auf der Straße sind Oder in Gruppen Dann fahre ich die um Ich fahre die um Also das dürfen die nicht Deswegen habe ich gesagt Ja also Meistens auch an nur So als kein Schreck Beim zweiten Mal sind es dann fällig Naja Ich mache hier Streife Lars Ich fahre hier ein bisschen Streife Ich habe sonst nichts zu tun Also kann ich auch andere Leute nach Hause schicken Nein Achso Ne ja Ostern Vielleicht ein bisschen mit der Family Also hier sitzen Und Ja Riesen Fass aufmachen Ja wenn die Eier aufbauen Versteckt Aber Gehst du noch Eier suchen? Ich suche immer Hasen Ne Eier suchen Unter Hasen Das stimmt wenn du dann die Eier aus dem Feuer Dann noch findest Aus dem Feuer? Ja stell dir mal vor Ach was stinkt das denn hier so Ach das war ein Ei vom letzten Jahr Das haben wir vergessen Nein Das ist mir schon mal passiert Wo unter dem Sofa irgendwas war Und dann Oh Da war noch ein Hase Ach stimmt Habe ich voll vergessen Letztes Jahr Was stinkt mir so Das stinkt Genau Da steht doch mindestens halbbar bis 2,18 Uhr Das sind doch deine Eier Wieso haben die ich doch verwaschen? Nein Ich meine die richtigen Eier Hör ich doch auch Ne Also ich suche natürlich keine Ich suche jetzt natürlich keine Eier Ich fand das auch immer ganz cool Hier in Aachen gibt es Im Stadtpark Ich weiß gar nicht Ob es das Also dieses Jahr definitiv nicht Aber in den letzten Jahren weiß ich nicht Da hat die Stadt immer Tausende Eier Im Stadtpark versteckt Dann konnten die Kinder Dann da Irgendwie suchen Das lustige ist dann Ist es genau wie am Karneval Irgendwann Geht es dann halt In die Eltern rüber Wo dann die Eltern Die Kinder wegschubsen Und die die Eier suchen Und die Dann da Das sind meine Eier Ich habe es zuerst gesehen Ja Ist egal Haben wir nichts zu essen? Das ist für die Kleine Das ist für mich jetzt hier Schubs Weg Das ist mein Ei Für die Kinder denken sie doch mal an die Kinder Warum Kinder? Die denken auch nicht an mich? Genau Die haben alles geschenkt Die ganzen Blagen Blagen Hau ab da Das ist hier auf meinem Land Das ist meine Stadt Wenn die Eier sind Dann ist das mein Ei Das ist mein Seidisches Eigentum Das kommt mir jetzt So weit kommst du noch Dass hier Dass hier die Kinder Meine Eier aufessen Erst nehmen die Kinder Die Eier weg Und dann auch noch Die Arbeit Mit diesen Händen Habe ich das Land aufgebaut Mit diesen Händen Oh Gott Mit diesen Länden Mit diesen Länden Mit diesen Länden Habe ich hier dieses Land aufgebaut Was sind denn eigentlich deine Deine vergessenen Attraktionen Ach die haben wir noch gar nicht gemacht Ne Oh Mensch Ohne vergessenen Attraktionen Können wir nicht nach Hause gehen Ja Ne genau Ja schön Soll ich diesmal anfangen? Gerne Ja mach du mal Ganz ehrlich Lars Ich habe immer das Gefühl Ich labere zu viel Ich möchte mich ein bisschen mal zurück Nein Du kommst denn da rauf Ne ich weiß es nicht Wir müssen das nicht Keine Ahnung Vielleicht machen wir das mal genauso Wie bei diesen Kanzlerduellen Mit Redezeit Oh ja genau Da werden wir beide verlieren Oh Gott Ich habe gesagt Ich habe 5 Minuten Ja ich war noch nicht fertig 5 Minuten Ja aber da war Mikro ausgestellt Da sagt gar keiner mehr Was vergisst 1 Stunde 30 Einfach nur noch Gar nichts Naja Also ja Die vergessenen Attraktionen Jedes Mal benennen wir eine Attraktion Die wir gerne Nochmal benennen wollen Weil sie vergessen ist Wie der Name schon sagt Es muss nicht immer nur eine Attraktion sein Sondern kann auch irgendwas anderes sein Was im Thema Freizeitpark und Kirmes halt so beheimatet ist So ist es auch dieses Mal bei mir Also für mich ist es halt eigentlich ein normales Kinderkarussell Aber ein Karussell Was bei mir um die Ecke halt praktisch stand Ähm ich wohne hier in Aachen Und wir sind hier an der Deutsch Ich muss leider wieder aushauen Deutsch Und belgischen Grenze Das heißt aus historischer Sicht betrachtet Ähm wurde Aachen hier von Belgien besetzt Wir haben es Wir sagten immer Hier bei uns gibt es die Belgier-Siedlung Das schläft ein Äh Das ist sehr interessant Weil bei uns wirklich Also praktisch hinterm Haus so Fing damals die Belgier-Siedlung an Damals wo ich dort wohnte Ähm da waren noch alte Da sind belgische Belgische Ähm Ihr müsstet das jetzt sehen können Dritten Nein Belgische Soldaten stationiert gewesen Warum die jetzt noch da waren Ob die uns Deutsche kontrolliert haben Keine Ahnung Auf jeden Fall hatte das noch irgendwie aus Den zweiten Weltkrieg Besatzungsmächte bla bla Gab es in Aachen verschiedene Viertel Wo halt Belgier hausten und wohnten So Und auch in der Nachkriegszeit Und nachher als ich irgendwann geboren worden bin Gab es halt immer noch diese Belgier-Siedlung Obwohl der Krieg schon längst vorbei war Trotzdem aus der Historie raus Gab es halt dort in dieser Siedlung Halt immer noch diese Siedlung Wo nur Belgier wohnten Und im Sommer Ach im Sommer Hör bloß an Jetzt fällt mir die Zunge raus Äh auf jeden Fall Im Sommer war es dann halt immer so Dass diese Belgier in ihrer Belgier-Siedlung Ähm Eine Kirmes veranstaltet haben Und eine Radrennen Äh In Immer rum Um diese Belgier-Siedlung Und in dieser Belgier-Siedlung Und dort gab es ein Jetzt komme ich zur Sache Ein Kinderfahrgeschäft Wo ich Früher Ganz gerne Alleine auch draufgegangen bin Weil es wirklich Hinter unserem Haus Wo die Stadt Der macht sich die Lust Ihr müsst das nächste Mal mit Video machen Das ist ja unfassbar Und dieses Kinderfahrgeschäft Ähm Dort gab es einen Ball Um Und da wurde ein Puschel dran gesteckt Und äh An diesem Puschel War eine Kordel Und man konnte diesen Ball halt Immer so ziehen Und dann hüpfte der immer hin und her So Das Karussell bewegte sich Und machte ihre Seine Runden Und ähm Dieser Puschel kam dann halt immer In die Nähe der Kinder Und immer so Dass die Die greifen konnten Und irgendwann ist es halt so gewesen Dass ein Kind dann immer Diesen Puschel gegriffen hat Und das Kind Das dieses Diesen Puschel gegriffen hat Der konnte bei der nächsten Runde Nochmal Kostenlos mitfahren Und das fand ich Sehr 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 schön Und ähm Sowas habe ich nie wieder gesehen Bis ich dann Auch nochmal In Belgien Und in Niederlanden Nochmal Auf Kirmesplätze war Äh Und wieder Auch für meinen Kanal unterwegs war Dann sieht Da sieht man halt Ab und an Nochmal so historische Karussells Auch kändere Karussells Auch manchmal ist es bei Raupen so Äh Wo dann auch immer noch Diesen Ball gibt Mit diesem Puschel dran Den man abziehen kann Und ähm Damals war man halt Sehr stolz Dass man das geschafft hat Diesen Puschel abzuziehen Wenn man es heute so sieht Dann Ja dann sieht man halt Dass diese Schausteller Das wirklich schon fast Den Kindern schon fast so Dahin halten Dass man da gar nicht mehr Viel machen muss Aber damals als Kind Hat mir gedacht Boah Ich bin super stark Ich hab das geschafft Yeah Und ähm Also solche Attraktionen Oder solche Kinderkarussells Das gibt es in den Niederlanden Und in Belgien halt immer noch Nur bei uns nicht Sondern das war Das einzige Die einzige Attraktion Die es halt auf dieser kleinen Kirmes Bei uns in der Siedlung gab Das muss man sich vorstellen Das war eine ganz kleine Siedlung Da war dann halt nur noch Ein Äh So ein Zelt Wo man Bier kaufen konnte Und wo es auch Tanz gab Äh Eine Schießbude Und halt dieses Karussell Und ähm Das war halt auch Eins der ersten Karussells Die ich dann halt so Allein gefahren hab Und deswegen hab ich Eine sehr schöne Erinnerung dran Weil man da auch noch Einen Gewinn Äh Mit nach Hause nehmen konnte So Und jetzt äh Cool Bist du dran Weil das mach ich auch so komisch Und dann warst du hier gerne Zeit Naja Kannst du ruhig machen Mich stört er sich Ich kenn Ähm Äh Da fällt mir spontan was ein Ein Kumpel von mir Der arbeitet Oder hat in einer Behörde gearbeitet Und immer wenn da jemanden angerufen hat Und der da lange gesprochen hat Hat er den Hörer daneben gestellt Und immer gemacht Hat er da überhaupt nicht hingehört Warte Das war so lustig mal zu sehen Das heißt jetzt Du hast gar nicht zugehört Soll ich es nochmal erzählen Doch Ne Ein Kinderkarussell mit enger Kordel Ähm Das ist meine Kindheit Du machst dich lustig über meine Kindheit Ne Wieso Love Love Kriegst auch ein Herz Ja super Jetzt zeigt mir gerade den Mittelfinger Nein Quatsch Bei mir geht es schnell Bei mir ist die Vergessene Attraktion Ein Laufgeschäft Und zwar Nann sie sich das Erdbeben Von der Firma Äh Völlerhoff war das glaube ich Ähm Das war zuletzt Wo habe ich das zuletzt gesehen Äh Auf dem Hamburger Winterdom Oh Warte mal 1997 Glaube ich Da habe ich das zuletzt gesehen Und das war wirklich ein Cooles Langes Ich glaube auch ein großes Laufgeschäft Also mit so Spiegel glaube ich War da drin Falls es da irgendwie ein Online Siehst du Das stört mich überhaupt nicht Wenn du Grimassen machst Ähm Äh Und das war richtig groß Aber ich glaube da gibt es auch Keine Inaufnahmen Oder On-Ride Irgendwie im Netz Weil ich glaube das ist auch Schon zu alt Ich habe das mal gefilmt Ich habe das mal gefilmt Aber auch nicht von außen Sondern ich bin Ähm Da Mit dem Riesenrad gefahren Von Willenborg Und da war das glaube ich Das 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 Geschäft nebenan Irgendwie so stand das Da habe ich das glaube ich Aber ich habe es leider nicht gefilmt Ich Idiot Egal Guck mal Sauen sie ja Grrrr Zeigt gerade Ben in die Kamera Und lacht sich ein Kennst du Erdbeben? Ne Ja Erdbeben kenne ich Aber das ist schon sehr lange her Nein Ja das Das Geschäft Das Das Laufgeschäft Ne das kenne ich leider nicht Von Vellehoff war das Aber Ja muss mal eingeben Erdbeben Vellehoff Das war richtig ein cooles Äh Laufgeschäft Aber ich war auch Ich war auch einmal drin Und ich meinte das war Hamburger Winterdom 1997 War das aber auch groß Das war Ja das war riesig Das ist nachher Eine Geisterbahn gewesen Weiß ich nicht mehr Also keine Ahnung Weiß ich nicht Auf jeden Fall war das Ein großes Laufgeschäft Wo du so Durchgehst Und so War schön Das war so meine Vergissende Attraktion Also Laufgeschäfte Habe ich eigentlich Erst sehr sehr spät Kennen gelernt Ich glaube das gab So viele Laufgeschäfte Gab es in Aachen Auf dem Öscherben Gar nicht Früher Haben immer Spiegellabyrinth gehabt Aber Irgendwie so Richtige Laufgeschäfte Auf Kirmes Habe ich erst dann so Ähm Gesehen Als ich dann auch Wirklich selber Unterwegs war Ich sehe ja gerade Es gibt eine Seite Die heißt Funfair Area Das ist ja Das Beste aus Beiden zusammen Funfairarea Funfair Area Funfairarea.de Funfairarea.de Okay Und weißt du was lustiger ist Ne Der Typ der die Seite hat Der kommt aus Simmerath Das ist praktisch hier Direkt bei mir um die Ecke Auch bei dir? Siehste. Liebe Grüße an Oliver Ziegler. Ich kenne dich nicht. Aber fast der Nachbar. Ja. Funktioniert aber auch nicht mehr alles hier auf der Seite. Musst du nochmal dran. Gut, vielleicht. Wer weiß, wie alt die Seite ist. Ja, also das ist auf jeden Fall 1.2 oder so. 1.2. Internet 1.2. Ja, schön. Krass. Haben wir mal wieder was gelernt. Siehste? Schöne alte Attraktion. Wie hießte? Ja. Wie hießte? Schön, schön war die Zeit. Schön, schön, schön war die Zeit. Ja, wir sind ja schon wieder fast bei 2 Stunden. Hi, der Witzgeheim-Kapitän. Mittlerweile wie immer schon verstanden hat, ne? Ja. Schlimm. Schlimm. Und gefühlt haben wir über nichts gesprochen. Mal wieder. Ne, irgendwie, guck mal, wir haben gestartet, wo es hell war und jetzt ist schon wieder knapp ein Dusch da draußen. Ja, das stimmt. Du hast doch die Uhren alle umgestellt vor zwei Wochen. Ja, die vom Rechner, die hat sich erst zwei, drei Tage später umgestellt. Als wir das Woche aufgenommen haben, war das ja noch falsche Zeit hier. Ja, aber jetzt ist wieder alles richtig. Ich muss jedes Jahr immer in die Anleitung gucken von meiner Mikrowelle, wie ich die Uhr umstelle. Jedes Jahr, zweimal im Jahr. Jedes Mal, weil ich das immer wieder vergesse. Das ist jetzt Alter. Das ist so, oh, muss ich die Anleitung raussuchen, guckst du wieder da rein, wie stelle ich die Uhr um? Und mich das nervt. Ich mag nicht, wenn die Uhr falsch ist. Das kann das. Das nervt mich. Also, oh, das ist immer ein Krampf, wo ich denke, oh nee, jetzt muss ich die Uhr wieder umstellen. Nö. Nö, ja, ich kenne die aber auch, aber manchmal ist es auch, ja, wie denn, nach vor oder zurück? Aber da habe ich einen guten Tipp. Also, im Frühjahr, da muss man die Gartenstühle hinausstellen. Also, deswegen eine Stunde vor und im Winter oder im Herbst holt man die Stühle wieder rein, weil es kalt ist. Also, deswegen holt man sie wieder rein, also schon wieder zurück. So, das ist so mein kleiner Tipp. Mhm. Mhm. Ja, schön. Schön. Noch eine liebe, liebe Grüße nochmal an die Firma Media Saturn. Ihr wolltet mir bis anschließend heute drei Xbox-Spiele liefern. Habt ihr nicht getan. Oh. Außerdem sind die Xbox-Spiele wieder teurer, als sie dann zwei Tage nach der Bestellung bei Amazon waren. Danke. Skandal. Danke dafür. Ich bin jetzt noch zwei Tage hier. Ja, es wäre schön, wenn ihr die bis dahin hier hinliefern könntet. Ansonsten könnt ihr den Riss behalten. Dankeschön. Das hört nicht bestimmt. Ey, wir spielen. Hau vor. Wir spielen. Genau. Mein Spiel ist nicht da. Ja, und? Ist uns auch egal. Mensch, Dicki. Was ist denn? Mensch, Dicki. Hat ihr, Dicki, ein Zipfelchen oder? Kein Zipfelchen. Was ist das denn hier für einen Laden? Ja. Mein Gott, oh Gott. Ist das wieder Zeit für Weihnachten? Ist das hier für einen Laden überhaupt? Mein Gott, da hat es ihn kein Zipfelchen. Herrgott. Er hat alles, was es braucht. Oha, ich will jetzt meine Platte spielen. Oh, ja. Und ein bisschen gemütlich. Opa, sag doch mal ein bisschen gemütlich. Erst mal ein bisschen gemütlich machen. Ja, genau. Opa. Und dann wird ausge... Erst dann essen wir, dann sagt Dicki ein Gedicht auf und dann wird ausgepackt. Also. Er saugt und bläst der Heinzelmann, wo Lassi sonst immer blasen kann. So. Nee, wo Mutti nur noch blasen kann. Er hat blasen gewöhnt. Ich mach uns ein paar Schnittchen. Mit Ei. Mit Ei. Einer wie der andere. Ja, genau. Original ist verkorkst von Kuchenröller und Söhne. Herrlich. Ja, liebe Leute. Mit einem schönen Rückblick an die weihnachtliche Zeit vor Ostern. Ist ja bald wieder. Es war auch Palmwedelsonntag, war jetzt am Sonntag. Ja, da kam Jesus und hat die irgendwie angewedelt. Mit den Palmen oder was. Keine Ahnung. Bei uns durfte man nicht in die Kirche gehen und seinen Palmzweig abholen. Die haben uns jetzt einen virtuellen Palmzweig. Mal doch dann immer. Den haben die uns jetzt virtuell geschickt. Ja, ja. Ja, ja. Wahrscheinlich musst du es doch noch spenden, damit du sowas bekommst, ne? Boah, die Kirche hat ja kein Geld. Boah, muss Christ sein. Muss gläubiger Christ sein. Ja. Ja. Na ja. Also Übermensch. Übermensch, ja genau. Super. Jesus Superstar. Wir entlassen euch. Die Kirche können immer Gold spenden. Jeden Tag. Und Obladen. Obladen schmecken lecker. Die habe ich früher immer so gefressen, wenn meine Mutter immer irgendwas gebacken hat. Und dann diese Backobladen, die habe ich immer Kirche gespielt, da habe ich immer gegessen. Mein Vater und das Sohne so. Und krr, 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 krr. Der warst das Krümelmonster. Der kam da, der kam da, da passt der. Boah, kann man sagen, die konnte ich auch immer so auseinander machen. Da hattest du so zwei. Und dann hast du die mal angelegt, dann konntest du die mal so auf die Backe kleben. Backoblade. Backoblade. Fast so wie Mutzen. Mutzen. Ist das nicht dieses Mutzen? Mutzen ist das nicht dieses leckere Feingebäck? Schmalchgebäck. Schmalchgebäck. Schön. Ja, das war es für diese Woche, würde ich sagen. Kommt gut, du durst die österlichste Zeit. Durch die österliche Zeit. Lammbraten, Hirschbraten. Ne, Hirschbraten isst man glaube ich nicht. Was isst man denn an Ostern? Hase. Ist schon so fett geworden. Müssen wir mir was bestellen. Irgendwas leichtes. Irgendwas leichtes. Irgendwas leichtes. Schnitzel, Hollandaise Soße. Ja, irgendwas leichtes mit Mayonnaise Soße oder so ein Dressing. Ja genau, was leichtes für ein Abend. Oh lecker. Aber schöne Schnitzel, Soße Hollandaise schön frittiert. Mit fritten. Mit dicken fritten. Mit dicken. Och Dicke. Och Dicke. Ich will fritten. Und Schokolade. Das macht uns ein bisschen gemütlich. Dann sucht Dicke die Eier. Dicke. Und dann frisst er sie. Na Dicke. Ich platze gleich. Ich komme nicht mehr durch die Tür. Ich will jetzt meinen Lammbraten haben. Genau. Aber vom Fass. Oh Gott, oh Gott. Ja, wie gesagt. Voll gefressen. Ich wünsche euch ein, oder wir wünschen euch ein wunderschönes Osterfest. Vielleicht ein bisschen anders, wie ihr es sonst in den letzten Jahren gewohnt seid. Wenn ihr einen Garten habt und es schönes Wetter ist, könnt ihr ja vielleicht da ein bisschen Frischluft schnuppern. Ansonsten trotzdem ein schönes Fest. Wir hören uns in gewohnter Manier nächste Woche Donnerstag wieder. Ja genau. Von Mittwoch auf Donnerstag schon auf allen Podcastportalen zu hören. Und dann am nächsten Donnerstag wieder um 20 Uhr bei Funfairblog und Funtime Arena auf YouTube. Und ja, wenn ihr noch ein paar selber Ideen habt für die heißen drei, dann gerne in die Kommentare. Würden wir uns darüber freuen. Und ja, ansonsten hören wir uns wieder nach Ostern. Ne Lars? Ja genau, da hört uns wieder nach Ostern. Also wie gesagt, schönes Osterfest, schöne Feiertage euch, schönen Karfreitag und was nicht alles dazugehört. Wie gesagt, wenn ihr den Garten habt, raus. Herrlich. Ich habe leider keinen Garten. Ich wohne im dritten Obergeschoss ohne Balkon. Ich hocke in der Bude. Aber immerhin darf ich Fenster aufmachen. Das ist schon mal toll. Kleiner Nacht noch bei uns. Und ich wohne in der Sonnenseite. Gut, mein Herz ist ja auch aus Sonne. Also von daher. Oh, bei uns fährt jetzt die Feuerwehr vorbei. In Heinsberg haben die ein Lied aufgenommen. Jeden Morgen geht die Sonne auf. Und damit, das haben die wirklich aufgenommen, damit fahren die durch die Gegend und beschallen die Nachbarschaft. Und das ist jetzt auch sogar schon nach Aachen unsere Vorbildungen. Echt? Ja, ja. Krass. Ja, schön. Irgendwann spielen sie in München steht ein Hofbräuhaus. Und zwei Lüfer. Das war's für diese Woche von Stahl und Holz. Wir sehen uns. Tschüss. Tschüssli. Tschüssli. Tschüss.